das geheimnis der marie roger von edgar allen poe erster abschnitt von vier dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org gelesen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2010 das geheimnis der marie roger von edgar allen poe übersetzt von theodor etzel erster abschnitt vorbemerkung ein junges mädchen namens mary cecilia rogers war in der nähe new yorks ermordet worden ihr tod hatte eine ungeheure und nachhaltige aufregung hervorgerufen das geheimnis desselben war in der zeit da diese geschichte geschrieben und veröffentlicht wurde noch nicht aufgedeckt in vorliegender erzählung folgt der autor unter dem vorgeben das tragische geschick einer pariser grisette zu berichten bis in die kleinsten einzelheiten den wesentlichen tatsachen des wirklichen mordes an der mary rogers während er die unwesentlichen nur parallel stellte so ist also jede auf die fiktion gegründete schlußfolgerung auf das wahre ereignis anwendbar und der zweck der geschichte war die ergründung der wahrheit das geheimnis der marie roger wurde weit entfernt vom tatorte niedergeschrieben und basierte lediglich auf den betreffenden zeitungsberichten so entging dem schreiber manches woraus er an ort und stelle hätte nutzen ziehen können dessen ungeachtet ist zu bemerken dass die aussagen zweier personen deren eine die frau de lück der erzählung ist die zu verschiedenen zeiten und lange nach veröffentlichung der folgenden blätter gemacht wurden nicht nur die allgemeine schlußfolgerung sondern auch die hauptsächlichsten hypothetischen einzelheiten durch die diese schlußfolgerung gewonnen wurde voll bestätigen zitat es gibt eine reihe idealischer begebenheiten die der wirklichkeit parallel läuft selten fallen sie zusammen menschen und zufälle modifizieren gewöhnlich die idealische begebenheit so dass sie unvollkommen erscheint und ihre folgen gleichfalls unvollkommen sind so bei der reformation statt des protestantismus kam das luthertum hervor zitat ende novalis moral ansichten selbst unter den kühlsten denkern gibt es nur wenige die nicht gelegentlich durch ein fast wundervolles zusammentreffen von ereignissen sich versucht gefühlt hätten an übernatürliche dinge zu glauben solches fühlen denn dies halbe glauben von dem ich rede wird nur gefühlt nicht streng gedacht solches fühlen ist schwer zu unterdrücken höchstens durch die lehre von den zufälligkeiten oder wie der terminus technicus lautet durch die wahrscheinlichkeitsrechnung nun ist solche berechnung in ihrem wesen rein mathematisch und da haben wir also die absonderlichkeit die exakteste aller wissenschaften auf die schatten und schemen der spekulativsten wissenschaft angewendet zu sehen man wird finden dass meine zeitlich voranliegende geschichte zu deren veröffentlichung ich jetzt aufgefordert worden bin in ihren einzelheiten höchst merkwürdiger weise das vollkommene seitenstück bildet zu der jüngst geschehenen mordtat an der mary cecilia rogers in new york als ich vor jahresfrist in einer erzählung betitelt der doppelmord in der rue morgue versuchte die auffallenden geistesgaben meines freundes des chevalier c.auguste dupin zu schildern ahnte ich nicht dass ich dies thema je wieder aufnehmen würde meine absicht hatte sich vollkommen erfüllt und der seltsame gang der ereignisse hatte den beweis für dupins eigentümliche fähigkeiten zu genüge erbracht an keinem anderen beispiel hätte ich sie so trefflich zeigen können jüngste ereignisse aber überraschende enthüllungen haben mir einige weitere höchst seltsame dinge offenbart über die ich nicht schweigend hinweg gehen kann nachdem dupin die tragödie aufgedeckt die über dem geheimnisvollen tode der frau lepanais und ihrer tochter lag widmete er der angelegenheit keine aufmerksamkeit mehr und fiel wieder in seine alte träumerische versunkenheit zurück selbst immer zur einsamkeit geneigt teilte ich ohne weiteres seine stimmung in unsere zimmer im faubourg saint germain vergraben schlugen wir alle zukunftspläne in den wind und schlummerten friedlich dahin die düstere welt mit träumen vergoldend diese träume waren jedoch nicht ganz ungestört man kann sich denken dass die rolle die mein freund in dem drama der rue morgen gespielt auf die pariser polizei nicht wenig eindruck gemacht hatte bei ihren beamten wurde der name dupins viel genannt da die einfachen rückschlüsse mit hilfe deren er das geheimnis entwirrt hatte nicht einmal dem präfekten sondern einzig nur mir bekannt waren ist es nicht weiter erstaunlich daß man die sache für ein wunder und des chevaliers analytische fähigkeiten für eine art seeherrgabe nahm seine offenheit würde ihn veranlasst haben ein solches vorurteil zu zerstreuen dazu kam es aber nicht weil seine indolenz ihm gegenüber das berühren eines themas verbot das für ihn selbst alles interesse verloren hatte so kam es daß die augen der polizei bewundernd an ihm hingen und man in nicht wenigen fällen versuchte seine dienste für die präfektur in anspruch zu nehmen einer der bemerkenswertesten fälle war die ermordung eines jungen mädchens namens marie roger dieser mord ereignete sich ungefähr zwei jahre nach den gräueltaten in der rue morgen marie deren tauf und familien name durch seine ähnlichkeit mit jenem der unglücklichen zigarren verkäuferin sofort auffällt war die einzige tochter der witwe estelle roger der vater war gestorben als marie noch ein kind gewesen und seit seinem tode bis achtzehn monate vor der mordtat die den gegenstand unserer erzählung bildet hatten mutter und tochter gemeinsam in der rue pavé saint andré gewohnt wo die mutter unter mithilfe ihrer tochter eine pension leitete so lebten sie dahin bis das junge mädchen zweiundzwanzig jahre zählte da erregte ihre große schönheit die aufmerksamkeit eines parfumeurs der im erdgeschoß des palais royal einen laden hatte und dessen kundschaft in der hauptsache von den verzweifelten abenteurern gebildet wurde die die nachbarschaft unsicher machten herr leblanc war sich über den vorteil klar der seinem parfümerie geschäft durch anwesenheit der schönen marie erwachsen würde und seine glänzenden angebote wurden von dem mädchen gern von der mutter nach einigem zögern angenommen die erwartungen des kaufmanns erfüllten sich und die reize der anmutigen grisette machten seinen laden bald bekannt sie stand ungefähr ein jahr in seinen diensten als ihre verehrer durch ihr plötzliches verschwinden in verwirrung gesetzt wurden herr leblanc wußte für ihr fernbleiben keine erklärung zu geben und frau roger war in verzweifelter angst und aufregung die zeitungen nahmen die sache auf die polizei wollte gerade ernstliche nachforschungen anstellen als marie eines schönen morgens nach verlauf einer woche gesund wenn auch mit etwas trüber miene wieder hinter dem ladentisch erschien selbstredend wurde alles forschen und fragen sofort unterdrückt herr leblanc behauptete wie vorher nichts zu wissen marie und ihre mutter erwiderten auf alle fragen das junge mädchen habe die letzte woche bei verwandten auf dem lande zugebracht man beruhigte sich also und die sache wurde bald vergessen um so mehr als das mädchen augenscheinlich um sich der dreisten neugier zu entziehen ihre stellung aufgab und sich in den schutz der mütterlichen behausung rue pavé saint andré zurückzog es war etwa fünf monate nach dieser rückkehr als ihre freunde zum zweiten male durch ihr plötzliches verschwinden beunruhigt wurden drei tage gingen hin und man hörte nichts von ihr am vierten fand man ihren leichnam in der seine und zwar in einer gegend die dem viertel der rue saint andré nahezu entgegengesetzt und nicht sehr weit von der barriere du roule lag die grässlichkeit dieses mordes denn es war klar daß ein mord geschehen war die jugend und schönheit des opfers und vor allem des mädchens allgemeine beliebtheit riefen bei den leicht erregbaren gemütern der pariser große aufregung hervor ich kann mich keines ähnlichen ereignisses erinnern das einen so allgemeinen und so tiefen eindruck gemacht hätte wochenlang vergaß man im gespräch über diesen einen fall selbst die wichtigsten politischen tagesereignisse der präfekt machte ganz ungewöhnliche anstrengungen und die gesamte pariser polizei spannte ihre kräfte aufs äußerste an zuerst als man die leiche entdeckte nahm man an der mörder werde sich höchstens ganz kurze zeit vor den sofort in angriff genommenen nachstellungen verborgen halten können erst nach ablauf einer woche hielt man es für nötig eine belohnung auszusetzen und selbst da meinte man mit tausend franc genug getan zu haben inzwischen wurden die nachforschungen mit eifer wenn auch nicht immer mit verstand fortgesetzt und zahlreiche personen wurden zwecklos verhaftet da aber nach wie vor jeder schlüssel zu dem geheimnis fehlte wuchs die allgemeine aufregung aufs höchste nach zehn tagen hielt man es für ratsam die ursprünglich festgesetzte summe zu verdoppeln und schließlich als die zweite woche verstrichen war ohne irgendwelche anhaltspunkte zu liefern und das vorurteil das in paris gegen die polizei nun einmal herrscht sich in mehreren ernsthaften angriffen luft gemacht hatte nahm es der präfekt auf sich die summe von zwanzigtausend francs auszusetzen für überführung des mörders oder falls es sich erweisen sollte daß mehr als einer beteiligt gewesen für überführung irgendeines der mörder in der proklamation die diese belohnung verkündete wurde jedem der seinen mitschuldigen nannte völlige straffreiheit zugesichert und dieser proklamation war ein privater aufruf einiger bürger angefügt die sich zusammengetan hatten um der von der präfektur ausgesetzten summe aus eigenen mitteln zehntausend francs hinzuzufügen die gesamte belohnung belief sich also auf nicht weniger als dreißigtausend francs ein ganz ungewöhnlich hoher betrag in anbetracht der niedrigen sozialen stellung des mädchens und der häufigkeit solcher mordtaten in der großstadt niemand bezweifelte mehr daß sich nun schnell das dunkel über dem geheimnisvollen mord lichten werde denn obgleich ein oder zwei verhaftungen vorgenommen wurden von denen man sich aufklärung versprach ergab sich nichts was die verdächtigungen gegen die betreffenden gerechtfertigt hätte und man mußte sie wieder entlassen so seltsam es auch scheinen mag so war doch schon die dritte woche nach auffindung der leiche hingegangen und hingegangen ohne in das dunkel der sache licht zu bringen ehe auch nur ein gerücht über diese die öffentliche meinung so aufregenden ereignisse dupin und mir zu ohren kam in forschungen vertieft die unsere ganze aufmerksamkeit erforderten war es fast ein monat seit einer von uns zuletzt ausgegangen oder einen besucher empfangen oder mehr als einen flüchtigen blick auf den politischen leitartikel der führenden tageszeitung geworfen hatte g. selbst war es der uns die erste mitteilung von dem morde machte er besuchte uns am 13 juli 1800 früh am nachmittag und blieb bis tief in die nacht er war über das fehlschlagen aller seiner bemühungen die mordbuben ausfindig zu machen sehr gereizt sein ruf so sagte er mit der selbstgefälligkeit des parisers stehe auf dem spiele selbst seine ehre sei gefährdet die augen der menge seien auf ihn gerichtet und es gäbe kein opfer daß er nicht für die aufdeckung des geheimnisses bereitwillig brächte er schloß seine etwas konfuse rede mit einem kompliment auf das was er dupins taktgefühl zu nennen beliebte und machte ihm ein direktes angebot ein glänzendes angebot das näher dazu tun ich mich nicht berufen fühle das aber auch für den eigentlichen gegenstand meiner erzählung von keiner bedeutung ist das kompliment wies mein freund zurück so gut er konnte das angebot aber nahm er ohne weiteres an obwohl dasselbe lediglich in der zuerkennung einer provision bestand dies erledigt er ging sich der präfekt sogleich in darlegungen seiner eigenen ansichten sie mit langen kommentaren über die tatsächlichen geschehnisse würzend über diese letzteren waren wir noch immer nicht aufgeklärt er redete viel und keineswegs unerfahren während ich hie und da eine vermutung einen rat einwarf und die nacht langsam hinschlich dupin der behaglich in seinem gewohnten lehnstuhl saß schien die verkörperte aufmerksamkeit er hatte die ganze zeit seine brille auf und ein gelegentlicher blick hinter ihre grünen gläser genügte mich zu überzeugen daß er während der ganzen sieben oder acht bleiernen stunden die der präfekt noch bei uns weilte tief und friedlich schlief am morgen beschaffte ich von der präfektur einen genauen bericht der beweisaufnahme und aus den verschiedenen zeitungsverlagen ein exemplar jeder nummer in der angaben in dieser traurigen angelegenheit veröffentlicht worden waren unter weglassung alles dessen was sich als positiv falsch erwies lauteten die angaben wie folgt marie roger verließ die wohnung ihrer mutter in der rue pavé saint andré am sonntag den 22. juni 1800 gegen neun uhr morgens beim fortgehen machte sie einem herrn jacques saint testache und diesem allein mitteilung von ihrer absicht den tag bei einer tante in der rue des drômes zu verbringen die rue des drômes ist eine kurze und schmale doch sehr belebte straße nicht allzu weit vom fluss und auf dem nächsten wege etwa zwei meilen von der pension frau rogers entfernt saint testache war der anerkannte bewerber maries und wohnte und speiste in der pension er sollte seine verlobte beim dunkelwerden abholen und heim begleiten am nachmittag jedoch begann es stark zu regnen und im glauben sie werde wie das bei ähnlichen gelegenheiten bereits geschehen die nacht bei der tante verbleiben hielt er es nicht für nötig sein versprechen zu halten als die nacht kam äußerte frau roger eine kränkliche alte dame von 70 jahren sie fürchte marie nie wieder zu sehen diese bemerkung fand aber damals wenig beachtung am montag wurde festgestellt dass das mädchen nicht in der rue des drômes gewesen war und als der tag verging ohne daß man von ihr hörte nahm man an verschiedenen punkten der stadt und ihrer umgebung eine verspätete streife vor doch erst am vierten tage ihres verschwindens ließ sich bestimmtes feststellen an diesem tage mittwoch den 25 juni wurde ein herr beauvais der gemeinsam mit einem freunde in der nähe der barriere du roule nachforschungen anstellte davon benachrichtigt dass zwei fischer soeben einen leichnam aus dem wasser gezogen hätten bei besichtigung der leiche erkannte beauvais nach einigem zögern in ihr das gesuchte ladenmädchen sein freund erkannte sie mit bestimmtheit das gesicht war ganz mit geronnenem blut bedeckt auch aus dem mund floss blut der bei ertrunkenen übliche schaum fehlte das zellengewebe zeigte normale färbung am halse waren quetschwunden und fingerabdrücke die arme waren über der brust gekreuzt und steif die rechte hand geballt die linke halb offen am linken handgelenk zeigten sich rundum hautabschürfungen wie von stricken auch das rechte handgelenk war arg zerschunden ebenso der ganze rücken besonders die schulterblätter um die leiche an land zu ziehen hatten die fischer ein seil daran befestigt doch hatte dies keine der hautabschürfungen verursacht der hals war stark geschwollen schnittwunden waren nicht sichtbar auch keine blutunterlaufenden stellen die etwa auf schläge mit einem stumpfen instrument hingedeutet hätten ein spitzenstreifen war so fest um den hals geschlungen daß er zunächst nicht sichtbar war er war tief im fleisch vergraben und mit einem knoten geschlossen der gerade unter dem linken ohr lag der streifen allein hätte genügt den tod herbeizuführen das ärztliche gutachten sprach der verstorbenen einen tugendhaften lebenswandel zu sie sei so hieß es brutaler gewalt unterlegen als die leiche gefunden wurde war ihr zustand noch derartig daß sie unschwer von bekannten identifiziert werden konnte die bekleidung war sehr beschädigt und zerrissen aus dem oberkleid war ein streifen von etwa einem fuß breite vom unteren saum bis zur taille auf aber nicht abgerissen er war dreimal um die hüften geschlungen und im rücken zu einer art henkel verknotet auch aus dem unterkleid aus feinem musselin war ein 18 zoll breiter streifen herausgerissen und zwar fadengerade und sorgsam er lag lose um ihren hals und war mit festem knoten geschlossen über dem musselinstreifen und dem spitzenstreifen lagen die zusammengeknüpften bänder einer haube die lose daran hing der knoten mit dem die haubenbänder geschlossen waren war ein regelrechter nach rekognoszierung der leiche wurde diese nicht wie sonst üblich nach der morge verbracht sondern da diese formalität diesmal überflüssig schleunigst beerdigt nicht weit von der stelle wo sie gelandet worden war durch die bemühungen beauvais gelang es die sache vorläufig nicht bekannt werden zu lassen und mehrere tage vergingen ehe sie von der öffentlichkeit aufgenommen wurde ein wochenblatt griff dann aber doch den fall auf die leiche wurde wieder ausgegraben und einer nochmaligen untersuchung unterzogen neues ergab sich dadurch aber nicht die kleidungsstücke wurden nun doch der mutter und den bekannten der verstorbenen vorgelegt und von diesen als jene bezeichnet die sie bei ihrem fortgehen von hause getragen inzwischen wuchs die aufregung von stunde zu stunde mehrere personen wurden festgenommen und wieder freigelassen besonders auf saintes tasche fiel der verdacht und er vermochte zunächst nicht eine zufriedenstellende erklärung über sein tun und lassen während des fraglichen sonntags abzugeben später jedoch gab er herrn g eidlich rechenschaft von jeder stunde des tages als die zeit verging ohne daß man irgend etwas entdeckte gingen verschiedene gerüchte um und die journalisten griffen sie auf am meisten aufsehen erregte die mutmaßung daß marie roger noch am leben und die in der szene gefundene leiche diejenige einer andern unglücklichen sei ich halte es für nötig dem leser einige stellen die eben diese vermutung dar tun zu übermitteln die betreffenden stellen sind eine wörtliche übersetzung aus l'etoile einem blatt das sehr geschickt geleitet wird zitat fräulein roger verließ das haus der mutter am 22 juni 1800 einem sonntag morgen mit der ausgesprochenen absicht ihre tante oder sonstige bekannte in der rue des drommes aufzusuchen von dieser stunde an hat sie erwiesenermaßen keiner mehr gesehen keine spur war mehr von ihr zu finden keine nachricht zu erlangen niemand hat sich bis jetzt gemeldet der sie an jenem tag da sie von hause fortgegangen gesehen hätte wenn es also auch nicht erwiesen ist dass marie roger am sonntag den 22 juni morgens neun uhr noch unter den lebenden weilte so haben wir doch beweise dafür daß sie bis zu dieser stunde noch lebte am mittwoch mittag entdeckte man in der gegend der barriere du roule eine auf dem wasser treibende frauenleiche das waren also selbst wenn wir voraussetzen daß marie roger innerhalb drei stunden nach verlassen der mütterlichen wohnung ins wasser geworfen worden wäre nur drei tage seit sie von hause fortgegangen genau drei tage es ist aber torheit anzunehmen daß der mord falls hier ein mord vorliegt früh genug ausgeführt werden konnte um den mördern zu ermöglichen die leiche vor mitternacht in den fluss zu werfen wer sich so scheußlicher verbrechen schuldig macht wählt die nacht und nicht den tag zu seiner tat wir sehen also daß die gefundene leiche wenn sie diejenige der marie roger gewesen sein sollte nur zwei und einen halben tag im höchstfalle drei tage im wasser gewesen sein kann die erfahrung zeigt aber daß leichen ertrunkener oder sofort nach dem tode gewaltsam ins wasser geworfener sechs bis zehn tage brauchen ehe die zersetzung eingetreten ist die sie an die oberfläche bringt selbst wenn man über einer unter wasser ruhenden leiche eine kanone abfeuert und so das steigen der ersteren vor dem fünften oder sechsten tage veranlaßt sinkt dieselbe wieder unter so wie die erschütterung vorbei ist wir fragen nun weshalb sollte in diesem falle ein abweichen von der natürlichen regel stattgefunden haben hätte die leiche in ihrem verstümmelten zustand bis dienstag nacht an land gelegen so hätte man spuren von den mördern finden müssen auch ist es höchst zweifelhaft ob der körper selbst wenn er erst zwei tage nach eingetretenem tode ins wasser geworfen worden wäre so bald schon an der oberfläche treiben kann und ferner hin ist es äußerst unwahrscheinlich dass kerle die einen solchen mord begangen den leichnam ins wasser geworfen haben sollten ohne ihn durch einen ballast zum sinken zu bringen wo solche vorsichtsmaßregel doch so leicht getroffen werden kann der schreiber fährt nun fort dazu tun daß der körper nicht drei sondern mindestens fünf mal drei tage im wasser gelegen haben muß weil er so stark verwest war daß beauvais ihn nur mit mühe identifizieren konnte dieser letzte punkt wurde übrigens später völlig widerlegt ich fahre in der übersetzung fort worin bestehen nun die tatsachen aufgrund deren herr beauvais aussagt die leiche sei die der marie rogette er riß den kleiderärmel auf und sagt er fand zeichen die ihn von der identität überzeugten man hat allgemein angenommen diese zeichen hätten in irgendwelchen narben oder flecken bestanden er hatte den arm gerieben und ihn behaart gefunden etwas unbestimmteres läßt sich gar nicht denken es ist dasselbe wie wenn man in einem ärmel einen arm findet herr beauvais kehrte in jener nacht nicht zurück sondern sandte frau roget am mittwochabend um sieben uhr nachricht daß die untersuchungen noch im gange seien wenn wir zugeben daß frau roget von alter und gram gebeugt unfähig war der untersuchung beizuwohnen so müßte doch immerhin irgendjemand es für wert gehalten haben sich hin zu begeben wenn man der meinung war die leiche könne die des jungen mädchens sein doch niemand tat das man war so verschwiegen daß nicht einmal die mitbewohner des hauses in der rue pavé saint andré etwas von der sache erfuhren herr saint eustache der liebhaber und künftige gatte maries der im hause ihrer mutter wohnte gibt an er habe von der auffindung der leiche seiner zukünftigen erst am folgenden morgen gehört als herr beauvais bei ihm eintrat und ihm davon berichtete wir sind erstaunt wie kühl die schreckensbotschaft entgegengenommen wurde in dieser weise versuchte die zeitung ihre leser zu überzeugen daß die familie maries den ereignissen eine gleichgültigkeit entgegenbringe die unvereinbar sei mit der annahme daß jene die leiche als die des mädchens anerkenne die vermutungen des blattes sind diese marie habe mit wissen ihrer freunde die stadt verlassen aus gründen die ihre jungfräuliche reinheit in frage stellten und diese freunde hätten die gelegenheit der auffindung einer leiche die mit der vermissten einige ähnlichkeit aufweise benutzt um die öffentlichkeit von ihrem tode zu überzeugen doch l'etual war übereifrig gewesen es wurde klar erwiesen daß auf seiten der familie durchaus keine gleichgültigkeit herrschte daß die alte dame außerordentlich hinfällig und viel zu aufgeregt war um irgendwelchen pflichten genügen zu können daß saint oestache weit davon entfernt die nachricht kühl aufzunehmen vor kummer außer sich war und sich so rasend gebärdete daß herr beauvais einen freund und verwandten ersuchte ihn zu bewachen und zu verhindern daß er der wiederausgrabung der leiche beiwohne und obgleich l'etual behauptete daß die leiche nunmehr auf öffentliche kosten beerdigt wurde daß ein vorteilhaftes angebot eines privatbegräbnisses von der familie schroff abgelehnt wurde und daß kein familienmitglied der zeremonie beiwohnte obgleich sage ich alles dies von l'etual zur bekräftigung der von ihm aufgestellten ansicht behauptet wurde so wurde doch alles genügend widerlegt in einer späteren nummer machte das blatt den versuch beauvais selbst zu verdächtigen es hieß da die sachlage ändert sich nun wir erfahren daß herr beauvais eines tages zu einer sich damals im hause roger aufhaltenden frau b sagte er beabsichtige auszugehen es werde vermutlich ein gendarme kommen dem sie nichts über die angelegenheit sagen solle ehe er zurück sei sie möge die sache ihm selbst überlassen so wie die dinge jetzt stehen scheint es als habe herr beauvais sie in seinem gehirnkasten hinter schloß und riegel gesetzt nicht der kleinste schritt kann ohne herr beauvais geschehen immer stößt man auf ihn aus irgendeinem grunde wünscht er daß niemand außer ihm mit den nachforschungen zu tun habe und er hat nach angabe der männlichen verwandten sie alle in höchst sonderbarer weise beiseite geschoben es widerstrebte ihm anscheinend sehr den verwandten die besichtigung der leiche zu gestatten folgende tatsache wirft ein wenig licht auf die verdächtigungen gegen herrn beauvais einige tage vor dem verschwinden des mädchens hatte ein herr der beauvais in seinem büro besuchen kam und diesen abwesend fand im schlüsselloch eine rose stecken gesehen und auf einer nahebei hängenden tafel den namen marie gelesen die allgemeine auffassung der sache soweit wir sie den zeitungen entnehmen konnten schien die zu sein daß marie das opfer einer wüstenbande geworden sei die sie über den fluss geschleppt misshandelt und ermordet habe le commercial jedoch ein blatt von weit tragender bedeutung suchte ernstlich diese volksmeinung zu widerlegen ich zitiere ein paar stellen aus seinen spalten wir sind überzeugt daß die verfolgung bisher auf falscher fährte war sofern sie die barriere du roule im auge hatte es ist ausgeschlossen daß eine tausendenbekannte persönlichkeit wie dieses junge weib drei häuserquadrate durchqueren könnte ohne erkannt zu werden und wer sie erkannt hätte würde sich dessen erinnern denn sie interessierte jeden der sie kannte ihr fortgang erfolgte zu einer zeit da die straßen voller menschen waren es ist unmöglich daß sie zur barriere du roule oder rue des drommes gegangen sein sollte ohne von einem dutzend leuten erkannt worden zu sein dennoch hat sich niemand gemeldet der sie außerhalb des mütterlichen hauses gesehen hätte und was spricht dafür daß sie es überhaupt verlassen hat ausgenommen die ausgesprochene absicht dazu ihr kleid war zerrissen und wie ein strick um ihren leib geknotet offenbar ist die leiche daran wie ein bündel getragen worden wäre der mord an der barriere du roule begangen worden so wäre eine solche maßregel überflüssig gewesen die tatsache daß die leiche bei der barriere im wasser treibend gefunden wurde ist kein beweis dafür daß sie auch dort ins wasser geworfen worden aus dem unterrock der unglücklichen war ein zweifußlanges und ein fußbreites stück herausgerissen und ihr um kopf und kinn gebunden vermutlich um sie am schreien zu verhindern das müssen leute getan haben die nicht im besitze von taschentüchern waren zitat ende das geheimnis der marie roger von edgar allen poe erster abschnitt das geheimnis der marie roger von edgar allen poe zweiter abschnitt von vier dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org gelesen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2010 das geheimnis der marie roger von edgar allen poe übersetzt von theodor etzel zweiter abschnitt ein oder zwei tage ehe der präfekt uns besuchte hatte die polizei eine bedeutsame nachricht erhalten die zumindest die von le commercial vertretene hauptansicht über den haufen warf zwei kleine knaben söhne einer frau de luc drangen bei einer streife durch die waldungen nahe der barriere in ein dickicht wo drei oder vier große steine eine art sitz mit lehne und fußbank bildeten auf dem oberen stein lag ein weißer unterrock auf dem zweiten eine seidene scherpe auch ein sonnenschirm handschuhe und ein taschentuch wurden hier gefunden das taschentuch trug den namen marie roger an den benachbarten brombeerbüschen hingen kleiderfetzen die erde war zerstampft die zweige waren geknickt und alles deutete auf einen stattgehabten kampf zwischen dickicht und fluß waren die hecken umgebrochen und der boden zeigte daß hier eine schwere last entlang geschleppt worden war ein wochenblatt le soleil machte zu dieser entdeckung folgende bemerkung die übrigens ein echo der gesamten pariser presse war zitat alle diese dinge haben offenbar mindestens drei bis vier wochen dort gelegen sie waren sämtlich vom regen durchfeuchtet und modrig geworden und klebten zusammen vor moder das eine oder andere war hoch von gras überwachsen die seide des sonnenschirms war kräftig aber so verwittert und modrig daß sie beim öffnen des schirms zerfiel die an den büschen hängenden kleiderfetzen hatten eine größe von drei bis sechs zoll ein fetzen war der saum des kleides und war geflickt ein anderer war aus dem unterrock nicht der saum sie glichen abgerissenen streifen und hingen am dornbusch etwa einen fuß über dem erdboden es kann also kein zweifel sein daß man die stelle der empörenden gewalttat aufgefunden hat diese entdeckung brachte neue tatsachen ans licht frau de luc sagte aus daß sie an der landstraße nicht weit vom flußufer gegenüber der barriere du ruhl eine gastwirtschaft betreibe die umgegend ist sehr einsam sie ist besonders des sonntags der zufluchtsort schlechter elemente aus der stadt schlimmer burschen die in boten übersetzen am fraglichen sonntag erschien nachmittags gegen drei uhr ein junges mädchen im gasthaus in begleitung eines jungen mannes von dunkler gesichtsfarbe die beiden hielten sich einige zeit hier auf als sie gingen schlugen sie die richtung nach den dichten wäldern der umgegend ein frau de lucs aufmerksamkeit war durch des mädchens kleid gefesselt worden das dem einer verstorbenen verwandten ähnlich gewesen war besonders der scherpe erinnerte sie sich bald nach fortgang des paares erschien eine rotte bösewichter gebärdete sich wüst und lärmend aß und trank ohne zu bezahlen folgte dem weg den der junge mann und das mädchen genommen kehrte zur dämmerzeit zum gasthof zurück und setzte in eile wieder über den fluss es war am selben abend bald nach dunkel werden als frau de luc und ihr ältester sohn in der nähe des gasthofs eine frauenstimme schreien hörten die schreie waren heftig doch kurz frau de erkannte nicht nur die scherpe wieder die man im dickicht gefunden sondern auch das kleid das die leiche getragen jetzt bekundete auch ein omnibus kutscher valence dass er am fraglichen sonntag marie roger gesehen habe wie sie in begleitung eines jungen mannes von dunkler gesichtsfarbe auf einem fährboot die seine überquerte er valence kannte marie und konnte über ihre identität nicht im zweifel sein die im dickicht gefundenen gegenstände wurden alle von den verwandten maries wiedererkannt die ansichten und tatsachen die ich auf dupins anregung hin aus den zeitungen gesammelt hatte enthielten nur noch einen weiteren punkt doch dies war ein punkt von scheinbar weit tragender bedeutung es ergab sich daß kurz nach auffindung der oben beschriebenen kleidungsstücke der leblose oder nahezu leblose körper saintes tasches maries verlobten in der nähe des ortes gefunden wurde den alle jetzt für den mordplatz hielten ein fläschchen mit der aufschrift laudanum lag leer neben ihm sein atem roch nach dem gift er starb ohne gesprochen zu haben man fand einen brief bei ihm der kurz besagte daß er marie liebe und in den tod gehen wolle ich brauche ihnen wohl nicht zu sagen bemerkte dupin nachdem er meine notizensammlung überflogen hatte daß dieser fall weit verwickelter ist als jener aus der rue morgue von dem er besonders in einem punkte abweicht dies hier ist trotz seiner scheußlichkeit ein gewöhnliches verbrechen es hat nichts absonderliches nichts unerklärliches aus diesem grunde hat man die lösung des geheimnisses für leicht gehalten die aber aus eben diesem grunde besonders schwierig ist man hielt es also zunächst für überflüssig eine belohnung auszusetzen geß hescher wußten unschwer zu begreifen wie und warum solche scheußlichkeit begangen worden sein mochte sie hatten erfindungskraft genug um sich mannigfache art und weisen und mannigfache gründe auszumalen und weil es nicht unmöglich war daß eine dieser zahlreichen vermutungen den tatsachen entspräche nahmen sie das einfach für gewiss an doch die leichtigkeit mit der man zu allen diesen möglichkeiten kam und die wahrscheinlichkeit die jede für sich hatte hätte als bezeichnend für die schwierigkeit nicht für die leichtigkeit der lösung erachtet werden müssen ich sagte vorhin daß gerade die absonderlichkeiten es sind die der vernunft auf ihrer suche nach der wahrheit die beste handhabe bieten und daß in fällen wie dieser hier die frage nicht sein sollte was ist geschehen sondern vielmehr was ist geschehen das noch nie vorher geschehen ist bei den nachforschungen im hause der frau le panais waren die beamten geß entmutigt und verzweifelt wegen eben der ungewöhnlichkeit des ereignisses die einem gut geschulten intellekt gerade das sicherste zeichen zum erfolg geboten hätte derselbe intellekt könnte aber durch den gewöhnlichen verlauf dieser anderen mordsache die den polizeibeamten so leichten triumph vorgaukelt in verzweiflung gestürzt werden in der angelegenheit der frau le panais und ihrer tochter gab es schon bei beginn unserer untersuchungen keinen zweifel daß ein mord stattgefunden hatte der gedanke an selbstmord war von anfang an ausgeschlossen auch hier können wir diese vermutung sofort zurückweisen der an der barriere du roule gelandete leichnam wurde unter umständen gefunden die uns in diesem wichtigen punkte alle zweifel nehmen es ist aber die annahme aufgetaucht die aufgefundene leiche sei gar nicht jene der marie roger und nur für überführung ihres mörders oder ihrer mörder ist die belohnung ausgesetzt und nur auf sie bezieht sich unsere abmachung mit dem präfekten wir beide kennen den herrn gut man darf ihm nicht allzu sehr trauen wenn wir bei unseren nachforschungen von der gefundenen leiche ausgehen und dann einen mörder aufstellen so geschäl es vielleicht doch daß man die leiche gar nicht als jene der marie ansieht gehen wir aber von der lebenden marie aus so haben wir wohl sie finden sie aber nicht ermordet in beiden fällen tun wir nutzlose arbeit da wir es mit herrn g zu tun haben also schon um unseretwillen wenn nicht um des rechtes willen ist es unvermeidlich daß unser erster schritt sein muß die identität der leiche mit der vermissten marie roger festzustellen im publikum haben die beweisführungen von l'étoile gewicht gehabt und daß die zeitung selbst von ihrer bedeutung durchdrungen ist geht aus der art hervor wie sie einen ihrer aufsätze über dieses thema einleitet mehrere tagesblätter sagt sie sprechen von dem entscheidenden artikel in unserer montagsnummer mir scheint der artikel nur für den eifer seines verfassers entscheidend zu sein wir müssen im auge behalten daß die aufgabe unserer zeitungen im allgemeinen mehr darin besteht sensation zu erwecken fragen aufzuwerfen als die sache der wahrheit zu fördern dieser zweck wird nur dann verfolgt wenn er mit dem ersteren zusammenfällt das blatt das einfach die allgemeine ansicht teilt erntet so wohlbegründet diese ansicht auch sein mag keinen glauben beim volk die menge sieht nur den als weise an der die schärfsten widersprüche mit der allgemeinen ansicht aufstellt in der schlußfolgerung wie in der literatur ist es das epigramm das am schnellsten und am meisten geschätzt wird ob schon es am wenigsten wirklichen wert hat was ich sagen will ist daß lediglich diese mischung von sensationellem und melodramatischem und nicht etwa irgendwelche wahrscheinlichkeitsgründe maßgebend waren daß l'Etoile die behauptung marie roger sei noch am leben aufstellte und was ihm den erfolg beim publikum sicherte prüfen wir die punkte von denen aus das blatt seine beweisführung antritt indem wir die üblichen falschen schlußfolgerungen aufdecken das bestreben des schreibers geht zunächst dahin an der geringen zeit zwischen maries verschwinden und der auffindung der leiche zu zeigen daß diese leiche nicht jene der marie sein kann dem dialektiker wird es somit zweck diesen zeitraum so viel als möglich zu verkürzen in eiliger verfolgung dieses ziels setzt er an den beginn seiner argumentierung weiter nichts als eine hypothese es ist torheit anzunehmen sagt er daß der mord falls hier ein mord vorliegt früh genug ausgeführt werden konnte um es den mördern zu ermöglichen die leiche vor mitternacht in den fluss zu werfen wir fragen sofort und selbstverständlich warum warum ist es torheit anzunehmen daß der mord fünf minuten nach verlassen des mütterlichen hauses erfolgte warum ist es torheit anzunehmen daß der mord zu irgendeiner tageszeit ausgeführt wurde es hat zu allen stunden ermordungen gegeben aber hätte der mord am sonntag zu irgendeiner zeit zwischen neun uhr früh und fünfzehn minuten vor mitternacht stattgefunden so wäre immer noch zeit genug gewesen die leiche vor mitternacht in den fluss zu werfen jene voraussetzung kommt also zu der schlußfolgerung daß der mord am sonntag überhaupt nicht begangen worden sei und wenn wir l'étoile eine derartige annahme gestatten so können wir ihm ebenso gut alle erdenklichen anderen willkürlichkeiten gestatten die missglückte äußerung die im etual mit den worten beginnt es ist torheit anzunehmen daß könnte aber im hirn ihres verfassers so gelautet haben es ist torheit anzunehmen daß der mord falls die leiche ermordet worden ist früh genug ausgeführt werden konnte um es den mördern zu ermöglichen die leiche vor mitternacht in den fluss zu werfen es ist torheit sage ich dies anzunehmen und gleichzeitig anzunehmen wozu wir aber entschlossen sind daß die leiche nicht früher als nach mitternacht hineingeworfen worden eine an sich höchst inkonsequente behauptung aber immerhin nicht so widersinnig wie die abgedruckte wäre es meine absicht fuhr dupin fort lediglich die unhaltbarkeit dieses von l'étoile aufgestellten satzes nachzuweisen so lohnte es sich wohl kaum der mühe es ist aber nicht l'étoile womit wir es zu tun haben sondern die wahrheit der fragliche satz hat so wie er dasteht nur einen sinn und diesen sinn habe ich festgestellt es ist jedoch nötig daß wir hinter die worte blicken die die aufgabe hatten einen gedanken zu vermitteln die absicht des journalisten ging dahin zu sagen daß es unwahrscheinlich sei daß die mörder gewagt haben sollten die leiche vor mitternacht in den fluss zu werfen zu welcher tages und nachtzeit am sonntag der mord auch begangen sein sollte und hierin liegt die annahme die ich verwerfe es wird angenommen daß die mordtat an solchem orte und unter solchen umständen geschah daß es nicht nötig wurde die leiche zum fluss zu schleppen nun könnte der mord zum beispiel am flussufer oder auf dem fluss selbst stattgefunden haben und so könnte das ins wasser werfen der leiche zu jeder tages- oder nachtzeit sich als die naheliegendste und selbstverständlichste art zu ihrer entledigung erwiesen haben sie werden verstehen daß ich hier nichts als wahrscheinlich aufstelle oder etwa als meiner eigenen ansicht entsprechend meine ansicht hat bis jetzt mit den tatsachen des falles nichts zu tun ich will sie nur vor dem ganzen ton der von l'etuale angesprochenen vermutung warnen indem ich ihre aufmerksamkeit darauf hin lenke von wie falschen voraussetzungen das blatt ausgeht nachdem die zeitung diese ihrer vorgefassten meinung entsprechende grenze gezogen und zu dem schlusse gekommen daß die leiche maries falls es ihre leiche sei nur ganz kurze zeit im wasser gelegen haben könne fährt sie fort die erfahrung zeigt aber daß leichen ertrunkener oder sofort nach dem tode gewaltsam ins wasser geworfener sechs bis zehn tage brauchen ehe die zersetzung eingetreten ist die sie an die oberfläche bringt selbst wenn man über einer unter wasser ruhenden leiche eine kanone abfeuert und so das steigen der ersteren vor dem fünften oder sechsten tage veranlaßt sinkt dieselbe wieder unter sowie die erschütterung vorbei ist diese versicherungen sind von allen pariser blättern stillschweigend hingenommen worden mit ausnahme von le moniteur letztere zeitung versucht lediglich die äußerung über die leichen ertrunkener zu bekämpfen und zwar indem sie fünf oder sechs fälle zitiert in denen ertrunkene schon nach kürzerer zeit an der wasseroberfläche gesehen wurden als l'etuale für möglich hält aber der moniteur geht in seinem bemühen die allgemeine annahme von l'etuale durch zitierung einzelner abweichender fälle zu widerlegen sehr unphilosophisch vor hätte man auch fünfzig statt fünf beispiele von bereits nach zwei bis drei tagen wieder emporgetauchten leichen anführen können so hätten selbst diese fünfzig beispiele nur als ausnahme von der von l'etuale aufgestellten regel betrachtet werden müssen solange bis die regel selbst widerlegt wäre gibt man die regel zu der moniteur weist sie nicht zurück sondern besteht nur auf seinen ausnahmen so behält die beweisführung von l'etuale ihre volle kraft denn sie will ja nichts weiter als die wahrscheinlichkeit infrage stellen daß die leiche nach weniger als drei tagen an die oberfläche gelangt sei und diese wahrscheinlichkeit bleibt so lange bestehen bis die angeführten beispiele eine genügende zahl aufweisen um eine entgegengesetzte regel zu ergeben sie sehen sofort daß jede beweisführung hier nur gegen die regel selber vorzugehen hätte und aus diesem grunde müssen wir die begründung der regel nachprüfen nun ist der menschliche körper im allgemeinen weder viel leichter noch viel schwerer als das wasser der seine ich meine das spezifische gewicht des menschlichen körpers entspricht für gewöhnlich der menge des von diesem verdrängten süßwassers die körper fetter und fleischiger menschen mit dünnen knochen besonders also von frauen sind leichter als solche von mageren und grobknochigen und von männern und das spezifische gewicht des flußwassers wird etwas von ebbe und flut beeinflußt sehen wir aber von dieser unbedeutenden tatsache ab so kann man sagen daß höchst selten ein menschlicher körper selbst in süßwasser aus eigenem antrieb untergeht fast jeder der ins wasser fällt kann sich an der oberfläche halten wenn er das spezifische gewicht des wassers mit seinem eigenen ins gleichgewicht zu bringen weiß das heißt wenn er seinen ganzen körper so weit als irgend möglich unter wasser bringt die richtige stellung für einen der nicht schwimmen kann ist die aufrechte haltung mit zurückgelegtem und so weit untergetauchtem kopf daß nur mund und nase aus dem wasser ragen in dieser lage treiben wir mühelos an der oberfläche dahin es ist jedoch tatsache daß das gewicht unseres körpers und daß der verdrängten wassermenge einander so gleich sind daß eine kleinigkeit das eine oder andere überwiegen läßt so bedeutet zum beispiel ein aus dem wasser erhobener arm eine genügende gewichtszunahme um den ganzen kopf unter wasser zu drücken wohingegen der zufällige beistand des kleinsten treibholzes es uns ermöglichen würde den kopf so weit zu erheben um umschau halten zu können nun wird ein nicht schwimmer in seiner angst unfehlbar die arme empor werfen und den versuch machen den kopf in seiner üblichen senkrechten lage zu erhalten die folge ist daß mund und nase unter wasser kommen und daß dann durch das atmen wasser in die lungen eindringt vieles gelangt auch in den magen und der ganze körper wird um das gewicht des eingedrungenen wassers schwerer abzüglich des gewichts der verdrängten luft die vorher die höhlungen ausfüllte diese differenz genügt in der regel den körper zum sinken zu bringen ist aber ungenügend in fällen wo es sich um leute mit feinen knochen und ungewöhnlicher fleisch und fettmasse handelt solche leute treiben selbst nach dem ertrinken an der oberfläche der auf den grund des flusses hinab gesunkene körper wird so lange dort bleiben bis aus irgendwelchen ursachen sein spezifisches gewicht geringer wird als die von ihm verdrängte wassermenge diese wirkung wird durch zersetzung oder sonstige ursachen erzielt die folge der zersetzung ist die entstehung von gas das die zellengewebe erweitert alle höhlungen auftreibt und die leichen fürchterlich aufbläht ist diese ausdehnung so weit fortgeschritten daß der umfang des körpers zugenommen hat ohne daß doch eine entsprechende zunahme der masse und des gewichts erfolgt wäre so wird sein spezifisches gewicht geringer als das des verdrängten wassers und er erscheint an der oberfläche die zersetzung wird aber durch zahllose umstände beeinflusst zb durch hohe oder niedere lufttemperatur durch mineralgehalt oder reinheit des wassers durch dessen tiefe oder untiefe strömung oder stagnation durch die körpertemperatur durch etwaige vor dem tode vorhanden gewesene krankheitserscheinungen dies zeigt klar daß wir unmöglich mit genauigkeit die zeit angeben können zu der ein körper infolge zersetzung an der oberfläche erscheinen kann unter gewissen umständen könnte diese wirkung schon nach einer stunde eintreten unter anderem überhaupt nicht es gibt chemische einflüsse welche den leib für immer vor zerstörung bewahren dazu gehört zum beispiel doppelt chlorsaures quecksilber doch abgesehen von der zersetzung kann was häufig vorkommt im magen eine gaserzeugung infolge gärung vegetabilischer substanzen oder in anderen höhlungen infolge anderer vorgänge stattfinden die genügt den körper so weit auszudehnen dass er steigt die durch das abfeuern einer kanone erzielte wirkung ist einfach eine vibration diese kann entweder den körper aus dem weichen schlamm lösen in den er eingebettet ist und ihm so das steigen ermöglichen wenn andere einflüsse ihn schon dazu vorbereitet haben oder die zähigkeit faulender teile des zellgewebes vermindern so daß die höhlungen sich nunmehr unter der einwirkung des gases auszudehnen vermögen nachdem wir so den ganzen gegenstand beherrschen fällt es uns leicht die behauptungen von l'étoile zu beurteilen die erfahrung zeigt aber sagt dieses blatt daß leichen ertrunkener oder sofort nach dem tode gewaltsam ins wasser geworfener sechs bis zehn tage brauchen ehe die zersetzung eingetreten ist die sie an die oberfläche bringt selbst wenn man über einer unter wasser ruhenden leiche eine kanone abfeuert und so das steigen der ersteren vor dem fünften oder sechsten tage veranlasst sinkt dieselbe wieder unter so wie die erschütterung vorbei ist dieser ganze absatz erscheint nun zusammenhanglos und folgewidrig die erfahrung zeigt nicht daß leichen ertrunkener sechs bis zehn tage brauchen bis die zersetzung so weit gediehen ist um sie an die oberfläche zu bringen vielmehr zeigen wissenschaft und erfahrung daß der zeitpunkt ihres emporsteigens unbestimmt ist und notgedrungen sein muss ist überdies eine leiche infolge eines kanonenschusses emporgestiegen so wird sie nicht wieder untersinken so wie die erschütterung vorbei ist nicht eher vielmehr als bis die zersetzung so weit fortgeschritten ist daß das entstandene gas entweichen kann doch ich möchte ihre aufmerksamkeit auf den unterschied lenken der gemacht ist zwischen leichen ertrunkener und leichen sofort nach dem tode gewaltsam ins wasser geworfener obgleich der schreiber einen unterschied zuläßt bringt er doch beide in dieselbe kategorie ich habe gezeigt wie es kommt daß der körper eines ertrinkenden spezifisch schwerer wird als die verdrängte wassermenge und daß man überhaupt nicht untersinken würde wenn man nicht in seiner verzweiflung die arme aus dem wasser streckte und unter wasser atembewegungen machte atembewegungen die an stelle der in den lungen enthaltenen luft wasser einführen diese arm und atembewegungen würden aber bei einem sofort nach dem tode gewaltsam ins wasser geworfenen nicht vorkommen infolgedessen würde in letzterem falle der körper in der regel überhaupt nicht sinken eine tatsache die dem etoile offenbar unbekannt ist wenn die zersetzung sehr weit fortgeschritten wäre wenn das fleisch zum großen teil schon von den knochen verschwunden wäre dann doch nicht er würde der körper unseren blicken entschwinden und was haben wir nun von der schlußfolgerung zu halten daß die gefundene leiche nicht die der marie roger sein könnte weil erst drei tage vergangen waren als man diese leiche an der oberfläche treibend fand ist sie eine ertrunkene so war sie ein weib vielleicht überhaupt nicht untergegangen oder konnte falls sie gesunken in vierundzwanzig stunden oder früher wieder emporgestiegen sein doch niemand vermutet hier ein ertrinken war das weib aber tot ehe es in den fluß geriet so hätte die leiche jederzeit danach treibend gefunden werden können aber sagt letoile hätte die leiche in ihrem verstümmelten zustand bis dienstagnacht an land gelegen so hätte man spuren von den mördern finden müssen hier ist es zunächst schwer herauszufinden was der schreiber gewollt hat er will einen eventuellen einwand gegen seine theorie widerlegen den einwand nämlich daß die leiche zunächst zwei tage an land gelegen und rascher verwesung unterworfen gewesen sein könne rascherer verwesung als im wasser er nimmt an daß sie in diesem falle am mittwoch an der oberfläche aufgetaucht sein könne und meint daß dies nur unter solchen umständen geschehen sein könne er hat es infolgedessen eilig zu zeigen daß sie nicht an land gelegen hat denn wenn das gewesen wäre hätte man spuren von mördern finden müssen ich denke sie lächeln über diese schlußfolgerung sie können nicht einsehen wieso ein längeres an land liegen der leiche die spuren der mörder vermehren sollte auch ich kann das nicht einsehen und ferner hin ist es äußerst unwahrscheinlich fährt die zeitung fort daß kerle die einen solchen mord begangen den leichnam ins wasser geworfen haben sollten ohne ihn durch einen ballast zum sinken zu bringen wo solche vorsichtsmaßregel doch so leicht getroffen werden kann beachten sie hier die lächerliche gedankenverwirrung niemand nicht einmal l'etual bestreitet daß an dem aufgefundenen körper ein mord begangen worden die spuren roher vergewaltigung sind zu auffällig unseres dialektikers absicht geht nur dahin zu zeigen daß dieser körper nicht mit marie identisch ist er wünscht nachzuweisen daß marie nicht ermordet worden nicht etwa daß die leiche es nicht sei dennoch beweist seine äußerung nur diesen letzteren punkt hier ist eine leiche ohne beschwerendes gewicht mörder würden beim ins wasser werfen derselben nicht versäumt haben ein gewicht daran zu befestigen daher ist sie also nicht von mördern hineingeworfen das ist alles was bewiesen wird wenn überhaupt etwas bewiesen wird die frage der identität wird nicht einmal berührt und das blatt hat sich furchtbare mühe gemacht lediglich das zu leugnen was es einen moment früher zugegeben wir sind vollkommen überzeugt sagt es weiter daß die gefundene leiche diejenige eines ermordeten weibes war dies ist aber nicht das einzige mal daß unser dialektiker sich selbst widerlegt seine offenbare absicht ist wie ich schon sagte den zwischenraum zwischen maries verschwinden und der auffindung der leiche so viel als möglich zu verringern dennoch sehen wir ihn den punkt geltend machen daß kein mensch das mädchen nach verlassen ihrer wohnung mehr gesehen hat es ist nicht erwiesen sagt er daß marie roger am sonntag den 22 juni nach neun uhr noch unter den lebenden weilte da seine beweisführung offenbar nur eine einseitige ist hätte er wenigstens diese sache außer acht lassen sollen denn wäre es erwiesen daß irgendjemand sei es nun am montag oder am dienstag marie gesehen hat so wäre der fragliche zeitraum sehr vermindert und durch seine eigene schlußfolgerung die wahrscheinlichkeit verringert worden daß die leiche jene der grisette sei es ist nichts desto weniger amüsant zu sehen daß l'étoile auf diesem punkt besteht in der festen überzeugung daß er ihm für seine gesamte beweisführung dienlich sei ende des zweiten abschnitts von das geheimnis der marie roger von edgar allen poe das geheimnis der marie roger von edgar dritter abschnitt von vier dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org gelesen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2010 das geheimnis der marie roger von edgar allen poe übersetzt von theodor etzel dritter abschnitt lesen wir nun nochmals den teil der beweisführung der sich auf die identifizierung der leiche durch beauvais bezieht was das haar auf den armen anlangt so ist l'étoile augenscheinlich in diesem punkte unaufrichtig her beauvais ist kein idiot und konnte unmöglich bezüglich der identifizierung der leiche nichts weiter geltend gemacht haben als daß sie haare auf den armen habe kein arm ist ohne haare die verallgemeinerung der äußerung von l'étoile ist einfach eine verdrehung der worte des zeugen er muss von irgendeiner eigenart dieses haares gesprochen haben es muss eine besonderheit in der farbe der menge der länge oder der anordnung gewesen sein ihr fuß sagt das blatt war klein so sind tausend füße ihre strumpfbänder sind überhaupt kein beweis ebenso wenig ihre schuhe denn schuhe und strumpfbänder werden bündelweise verkauft dasselbe ist von den blumen auf ihrem hut zu sagen eine sache auf die her beauvais sich besonders stützt ist die daß die schließe des strumpfbands zurückgesetzt war um es enger zu machen das besagt gar nichts denn die meisten frauen pflegen nicht die strumpfbänder im kaufladen anzuprobieren sondern kaufen sich ein paar und ändern es zu hause entsprechend um hier ist es schwer den schreiber ernst zu nehmen hätte herr beauvais auf seiner suche nach marie eine leiche gefunden die an gestalt und aussehen dem vermissten mädchen ähnlich gewesen so wäre er ganz abgesehen von der kleiderfrage zu der behauptung berechtigt gewesen daß seine suche erfolg gehabt habe wenn außer der übereinstimmung von gestalt und aussehen noch hinzu kam daß die beharrung der arme eine eigenart aufwies die er bei der lebenden marie wahrgenommen so mag seine überzeugung sich verstärkt haben und diese zunahme wird zu der seltsamkeit oder ungewöhnlichkeit der haarbildung im entsprechenden verhältnis gestanden haben wenn überdies maries fuß schmal und jener der leiche ebenso gewesen so würde die wahrscheinlichkeit daß diese leiche die der marie war nicht eine verstärkung in lediglich arithmetischer sondern eine solche in geometrischer oder akkumulativer hinsicht erfahren und zu alledem schuhe wie marie sie am tage ihres verschwindens getragen obgleich diese schuhe bündelweise verkauft werden so steigt doch nun die wahrscheinlichkeit bis an die grenze der gewissheit was an und für sich kein identitätsbeweis wäre wird durch ein zusammentreffen mit anderen zum sichersten beweis finden wir nun noch blumen auf dem hut die denen des vermissten mädchens gleichen so suchen wir keine weiteren zeichen schon eine blume würde genügen wie nun wenn es zwei oder drei oder gar mehr sind jede hinzukommende vervielfältigt den beweis fügt nicht erkennungszeichen zu erkennungszeichen sondern multipliziert diese mit hunderten und tausenden lassen sie uns nun noch bei der leiche solche strumpfbänder finden wie die lebende sie getragen und es ist torheit noch weiter zu suchen doch diese strumpfbänder sind durch zurücksetzen einer schnalle enger gemacht in derselben weise wie marie die ihrigen nicht lange ehe sie von hause fort ging verändert hatte nun ist es wahnsinn oder heuchelei weiter zu suchen was l'étoile darüber sagt dass solches enger nähen der strumpfbänder häufig vorgenommen werde zeigt nichts als seine eigene verranntheit die elastizität der strumpfbänder beweist allein schon die ungewöhnlichkeit einer solchen maßnahme was so beschaffen ist daß es sich selbst anpasst braucht notwendigerweise nur selten passend geändert zu werden es muß im wahrsten sinne des wortes ein besonderes ereignis gewesen sein was das enger nähen von maries strumpfbändern nötig machte sie allein hätten ihre identität zur genüge nachgewiesen aber es war nun nicht so daß man an der leiche die strumpfbänder der vermissten oder ihre schuhe oder ihren hut oder die blumen ihres hutes fand oder ihre kleinen füße oder ein besonderes kennzeichen auf den armen oder ihre größe und erscheinung man fand vielmehr jedes dieser dinge und alle zusammen l'etoile hat es für klug gefunden die kleinliche redeweise der rechtsgelehrten nachzuahmen die sich zum großen teil damit begnügen die regeln und formeln der gerichtshöfe herunterzuschnurren ich möchte hier bemerken daß sehr viel von dem was ein gericht als beweis verwirft dem intellekt als bester beweis erscheint denn das gericht das sich zur erlangung von beweisen nach den allgemeinen grundregeln richtet den festgesetzten und gebuchten grundregeln betrachtet eine abweichende beweisführung als abschweifung und dieses standhafte kleben an den formeln unter schärfster missachtung aller diesen zuwiderlaufenden punkte ist wohl ein sicherer weg das maximum der ergründbaren wahrheiten herauszufinden es ist aber nicht weniger gewiss daß es zu ungeheuren irrtümern führen kann was die gegen beauvais vorgebrachten verdächtigungen betrifft so werden sie diese ohne weiteres abtun sie haben den wahren charakter des guten mannes erraten er ist sensationsgierig fantastisch und beschränkt und spielt sich gerne ein bisschen auf wer so veranlagt ist wird sich in fällen wirklicher aufregung leicht so benehmen daß er sich den überschlauen und unwissenden verdächtig macht herr beauvais hatte wie es den anschein hat ein persönliches interview mit dem herausgeber des blattes und kränkte diesen indem er ungeachtet der theorie des herausgebers seine ansicht zu äußern wagte daß die leiche tatsächlich mit marie identisch sei er besteht darauf sagt das blatt daß die leiche jene der marie sei weiß aber außer den angaben die wir hier einer beurteilung unterzogen haben nichts anzuführen was auch für andere überzeugend wäre ohne daß wir nun auf die tatsache zurückkommen daß stärkere beweise die auch für andere überzeugend wären gar nicht erbracht werden könnten so ist doch zu bemerken daß in einem fall wie dem vorliegenden ein mann sehr wohl selbst überzeugt sein kann ohne daß es ihm möglich wäre einen einzigen grund anzugeben der für andere stichhaltig wäre nichts ist unbestimmter als das gefühl für individuelle identität jeder kann seinen nachbarn erkennen dennoch gibt es wenig anlässe bei denen irgendeiner den grund für dieses erkennen anzugeben vermöchte der herausgeber des l'etual hatte kein recht über herrn beauvais unbegründete überzeugung beleidigt zu sein die gegen diesen vorliegenden verdachtsmomente passen viel besser zu meiner hypothese eines sensationshungrigen phantasten als zu des artikelschreibers vermutung daß beauvais der schuldige sei neigen wir dieser milderen auffassung zu so gibt uns die rose im schlüsselloch das marie auf der tafel keine rätsel mehr auf wir verstehen nun daß beiseiteschieben der männlichen verwandten sein widerstreben den verwandten die besichtigung der leiche zu gestatten die der frau b erteilte warnung daß sie bis zu seiner beauvais rückkehr kein gespräch mit dem gendarmen führen solle und endlich sein offenbares bestreben daß niemand außer ihm mit den nachforschungen zu tun haben solle es scheint mir außer frage daß beauvais ein verehrer maries gewesen daß sie mit ihm kokettierte und daß ihm daran lag als ihr naher freund und vertrauter zu gelten ich habe über diesen punkt nichts mehr zu sagen und da die tatsachen die behauptung des l'etual bezüglich der gleichgültigkeit von seiten der mutter und der anderen verwandten völlig widerlegt haben eine gleichgültigkeit die unvereinbar war mit der voraussetzung daß sie die leiche als jene des vermissten mädchens anerkannten so wollen wir nun fortfahren als wäre die frage der identität zu unserer vollen zufriedenheit erledigt und was fragte ich jetzt halten sie von den äußerungen des kommerzial daß sie weit mehr beachtung verdienen als alle anderen die in der sache vorgebracht worden sind die aus den prämissen gezogenen schlüsse sind gewissenhaft und philosophisch aber die prämissen beruhen in zwei punkten wenigstens auf falscher beobachtung der kommerzial wünscht anzudeuten daß marie nicht weit vom hause ihrer mutter von einer rotte roher burschen aufgegriffen worden sei es ist unmöglich äußert er daß eine tausendenbekannte persönlichkeit wie dieses junge weib drei häuserquadrate durchqueren könnte ohne erkannt zu werden dies ist die anschauung eines in paris lange ansässigen eines im öffentlichen leben stehenden und eines dessen gänge ins stadtinnere sich meistens auf die gegend öffentlicher gebäude beschränkten er ist sich bewusst daß er selten vom büro aus ein dutzend häuserquadrate passiert ohne erkannt und begrüßt zu werden und nach dem umfang seines eigenen bekannten kreises berechnet er jenen der verkäuferin findet keinen großen unterschied zwischen beiden und kommt ohne weiteres zu dem schluß daß sie auf ihren gängen ebenso viel erkannt werden müsse wie er selbst auf seinen das könnte nur dann der fall sein wenn ihre gänge denselben methodischen einförmigen charakter aufwiesen und ihnen dieselben engen grenzen gezogen wären wie den seinigen er macht seine wege immer zu denselben zeiten durch immer dieselben straßen die voller menschen sind deren interessen den seinigen gleichen und die darum auch an ihm ein interesse nehmen die gänge maries aber mögen im allgemeinen ein größeres gebiet umfasst haben in diesem besonderen fall ist es als sehr wahrscheinlich anzunehmen daß sie eine von ihren gewohnten wegen sehr abweichende richtung nahm die parallele die wie wir annehmen der kommerzial im geiste zog wäre nur dann aufrecht zu erhalten wenn beide personen die ganze stadt durchquerten angenommen der persönliche bekannten kreis wäre gleich groß so wäre in diesem falle auch die möglichkeit einer gleichen anzahl von begegnungen dieselbe ich für mein teil halte es nicht nur für möglich sondern für mehr als wahrscheinlich daß marie zu jeder gewünschten zeit irgendeinen der vielen wege zwischen ihrer eigenen behausung und der der tante hätte nehmen können ohne einem einzigen menschen zu begegnen den sie kannte oder dem sie bekannt war wollen wir diese frage ins rechte licht rücken so müssen wir uns immer das große missverhältnis vorstellen das zwischen dem bekannten kreis selbst der bekanntesten persönlichkeit in paris und der gesamtbevölkerung von paris besteht doch welche überzeugende kraft die vermutung des kommerzial auch immer haben mag sie wird sehr vermindert wenn wir die stunde in betracht ziehen zu der das mädchen ausging ihr fortgang erfolgte zu einer zeit da die straßen voller menschen waren sagt der kommerzial aber weit gefehlt es war um neun uhr morgens nun sind an jedem morgen um neun uhr mit ausnahme des sonntags die straßen der stadt gedrängt voll am sonntag morgen um neun ist die bevölkerung großenteils zu hause und bereitet sich zum kirchgang vor keinem menschen mit beobachtungsgabe kann es entgehen wie geradezu vereinsamt die straßen an jedem feiertag von acht bis zehn uhr morgens sind zwischen zehn und elf sind die straßen überfüllt nicht aber zu so früher zeit wie die angegebene da ist noch ein punkt der einen beobachtungsfehler von seiten des kommerzial aufzuweisen scheint er sagt aus dem unterrock der unglücklichen war ein zweifußlanges und ein fußbreites stück herausgerissen und ihr um kopf und kinn gebunden vermutlich um sie am schreien zu verhindern das müssen leute getan haben die nicht im besitze von taschentüchern waren inwiefern dieser gedanke mehr oder weniger gut begründet ist werden wir später sehen aber unter leuten die nicht im besitze von taschentüchern waren versteht der herausgeber die niedrigste klasse von lumpen diese sind aber gerade die art von leuten die man immer im besitze von taschentüchern sehen wird selbst wenn sie nicht einmal hemden haben sie müssen schon gelegenheit gehabt haben zu bemerken wie geradezu unentbehrlich dem wirklichen vagabunden in den letzten jahren das taschentüch geworden ist und was haben wir von dem artikel in le soleil zu halten fragte ich daß es ungemein zu bedauern ist daß sein verfasser nicht als papagei geboren worden in welchem falle er der bedeutendste papagei seiner zeit geworden wäre er hat lediglich die verschiedenen einzelpunkte der bereits veröffentlichten meinungen wiederholt nachdem er sie mit lobenswertem eifer aus diesem und jenem blatt zusammengetragen alle diese dinge sagte er haben offenbar mindestens drei bis vier wochen dort gelegen und es kann also kein zweifel sein daß man die stelle der empörenden gewalttat aufgefunden hat die hier von le soleil wieder angeführten tatsachen sind weit davon entfernt meine zweifel in dieser hinsicht zu beheben und wir wollen sie später hin in verbindung mit einer anderen seite unseres themas eingehender nachprüfen zunächst müssen wir uns mit anderen beobachtungen befassen es muß ihnen aufgefallen sein wie außerordentlich oberflächlich die untersuchung der leiche gehandhabt wurde gewiß die frage der identität war schnell entschieden oder hätte es wenigstens sein müssen aber es gab andere dinge festzustellen war die leiche etwa geplündert worden hatte die verstorbene als sie von hause fortging irgendwelche schmucksachen bei sich und wenn hatte sie dieselben noch als man ihre leiche fand das sind wichtige fragen die bei der untersuchung ganz übergangen wurden und es gibt noch andere ebenso wichtige die unberücksichtigt blieben wir müssen versuchen uns diese fragen selbst zu beantworten der fall saint oestache muss nachgeprüft werden ich habe keinen verdacht auf diesen herrn aber wir wollen methodisch vorgehen wir wollen den wert seiner eidlichen aussage darüber wie und wo er den sonntag verbracht feststellen in solchen fällen sind meineide nichts seltenes sollte aber hier nichts böses zu entdecken sein so wollen wir saint oestache aus unserem forschungsgebiet ausscheiden sein selbstmord wie verdächtig er auch im falle eines meineids wäre ist ohne solchen meineid durchaus nichts so unerklärliches als dass es uns von der geraden linie unserer analyse abbringen könnte mein vorschlag geht nun dahin den inneren sichtbaren kern dieser tragödie außer acht zu lassen und unserer aufmerksamkeit weitere grenzen zu ziehen ein nicht geringer fehler bei solcher nachforschung ist das beschränken derselben auf die unmittelbaren ereignisse unter völliger nicht achtung der mittelbaren nebensächlichen umstände es ist eine üble angewohnheit der gerichte beweisaufnahme und zeugenverhör auf das anscheinend wichtige zu beschränken denn erfahrung hat gezeigt daß ein großer vielleicht der größere teil der wahrheit aus dem scheinbar unwichtigen geschöpft wird diesem grundsatz folgend hat sich die heutige wissenschaft entschlossen mit dem unvorhergesehenen zu rechnen doch vielleicht verstehen sie mich nicht die geschichte menschlicher erkenntnis hat uns so unausgesetzt gezeigt wie wir den unrichtigen nebensächlichen zufälligen ereignissen die wertvollsten entdeckungen schulden daß es schließlich nötig geworden ist im weitesten sinne den zufälligen vermutungen wenn sie auch ganz abseits vom gewöhnlichen wege liegen beachtung zu schenken der zufall ist als ein grundlegender teil zur weiteren nachforschung anerkannt worden das unvorhergesehene unvermutete legen wir den mathematischen formeln zugrunde ich wiederhole es ist tatsache daß der größere teil aller wahrheiten aus dem nebensächlichen gewonnen wurde und in der überzeugung von der bedeutsamkeit dieser erkenntnis möchte ich die nachforschungen in unserem fall hier von dem vielbegangenen und bisher unfruchtbaren boden des ereignisses selbst auf die ihm eng verknüpften begleitumstände ablenken während sie die zeugeneide auf ihre wahrhaftigkeit nachprüfen will ich die zeitungen in weiterem sinne durchsuchen als sie es bisher getan haben bis jetzt haben wir nur das feld für unsere nachforschungen festgestellt aber es wäre wirklich sonderbar wenn eine verständnisvolle durchsicht der öffentlichen blätter wie ich sie beabsichtige und nicht einige winzige andeutungen für die einzuschlagende richtung unserer suche einbrächte dupers anregung folgend unterzog ich die eidlichen aussagen einer sorgfältigen nachprüfung das resultat war meine feste überzeugung von ihrer wahrhaftigkeit und demnach von der unschuld sainte währenddessen beschäftigte sich mein freund mit einer durchsicht der verschiedensten zeitungsblätter was mir als eine höchst überflüssige umständlichkeit erschien nach verlauf einer woche legte er mir folgende auszüge vor vor etwa dreieinhalb jahren ereignete sich ein fall der mit dem vorliegenden große ähnlichkeit hat jene selbe marie roger verschwand auch damals aus dem parfümerieladen des herrn leblanc im palais royal nach ablauf einer woche erschien sie jedoch wieder wohlbehalten im geschäft nur daß sie ungewöhnlich bleich war durch herrn leblanc und ihre mutter wurde bekannt gegeben daß sie eine freundin auf dem lande besucht habe und die ganze angelegenheit wurde so schnell als möglich niedergeschlagen wir nehmen an daß ihr diesmaliges verschwinden einer ähnlichen laune entspringt und daß nach verlauf einer woche oder auch eines monats marie wieder auftaucht abendzeitung montag 23 juni ein gestriges abendblatt erinnert an ein früheres geheimnisvolles verschwinden des fräulein roger es ist bekannt daß sie die woche ihrer abwesenheit aus herrn leblancs parfümerieladen in gesellschaft eines jungen marineoffiziers der einen ruf als leichtsinniger verführer hat verbrachte ein streit so mutmaß man war die ursache ihrer rückkehr nach hause wir kennen den namen des infrage stehenden lothario der gegenwärtig in paris stationiert ist unterlassen aber aus naheliegenden gründen ihn zu nennen le mercur dienstag 24 juni morgens eine abscheuliche gewalttat wurde vorgestern in der nähe der stadt verübt ein herr in begleitung von frau und tochter ließ sich in der dämmerung von sechs jungen leuten die auf der seine ziellos umherruderten in ihrem boote übersetzen am anderen ufer angekommen stiegen die drei passagiere aus und waren dem boot bereits außer sicht als die tochter gewahr wurde daß sie ihren sonnenschirm darin zurückgelassen sie kehrte um ihn zu holen wurde von der bande ergriffen in den strom hinausgeschleppt geknebelt vergewaltigt und schließlich nicht weit von der stelle wo sie mit ihren eltern das boot bestiegen an land gesetzt die schurken sind entkommen aber die polizei ist auf ihrer spur und mehrere werden bald gefasst sein morgenzeitung 25 juni wir haben einige zuschriften erhalten die das jüngst begangene verbrechen einem gewissen menet zur last legen da dieser herr aber bei näherer untersuchung seine unschuld nachweisen konnte und da die beweisführungen jener verschiedenen korrespondenten mehr über eifer als scharfsinn zeigen so halten wir es nicht für ratsam sie zu veröffentlichen morgenzeitung 28 juni es sind uns von anscheinend verschiedenen seiten mehrere zuschriften zugegangen die in bestimmtestem ton behaupten die unglückliche marie roger sei das opfer einer der zahlreichen banden von herumstreichern geworden die des sonntags die umgebung der stadt unsicher machen dies stimmt mit unserer eigenen meinung vollkommen überein wir werden versuchen demnächst für einige dieser beweisführungen hier raum zu finden abendzeitung montag 30 juni am sonntag sah einer der beim zolldienst beschäftigten bootsknechte ein leeres boot auf der sand treiben die segel lagen auf dem boden des bootes der knecht verteute es unterhalb des zollgebäudes am andern morgen war es von dort wieder verschwunden ohne daß einer der beamten darüber rechenschaft zu geben wußte das steuerruder liegt im zollgebäude le diligence donnerstag 26 juni als ich diese verschiedenen auszüge las schienen sie mir nicht nur nebensächlich sondern ich konnte auch nicht einsehen wie sie zu der vorliegenden sache in beziehung zu bringen sein sollten ich erwartete dupins erklärungen es ist vorläufig nicht meine absicht sagte er bei dem ersten und zweiten dieser auszüge zu verweilen ich habe sie hauptsächlich deshalb herausgeschrieben um ihnen die geradezu verblüffende nachlässigkeit der polizei zu zeigen die soweit ich den präfekt richtig verstanden habe sich überhaupt nicht mit einem verhör des betreffenden marineoffiziers befasst hat dennoch ist es wirklich torheit anzunehmen daß zwischen dem ersten und zweiten verschwinden maries keine möglichkeit eines zusammenhangs bestehe nehmen wir an das erstmalige entweichen des mädchens habe mit einem streit zwischen den liebenden und der rückkehr der enttäuschten geendet nun sind wir vorbereitet ein zweites entweichen falls wir wissen daß ein entweichen stattgefunden eher als die folge eines wieder anknüpfungs versuch des ersten verführers anzusehen als daß wir etwa neue anträge einer zweiten person annehmen wir glauben eher an ein wieder anspinnen des alten liebesverhältnisses als an den beginn eines neuen die wahrscheinlichkeit ist wie zehn zu eins daß er der der schon einmal mit marie entflohen war sie zum zweiten mal zur flucht auffordern würde als daß ihr der schon einmal jemand einen derartigen antrag gemacht nun wieder ein anderer denselben vorschlag machen sollte und hier lassen sie mich ihre aufmerksamkeit darauf hinweisen daß die zeit zwischen dem ersten festgestellten und dem zweiten vermuteten fluchtversuch gerade ein paar monate mehr ist als eine seefahrt unserer marinesoldaten zu dauern pflegt ist der liebhaber bei seinem ersten bubenstreich dadurch daß er zur see mußte gestört worden und hat er den ersten augenblick der rückkehr dazu benutzt die noch nicht ganz erfüllten bösen absichten oder die von ihm noch nicht ganz erfüllten bösen absichten nun wahr zu machen von alledem wissen wir nichts sie werden nun aber sagen beim zweiten fall handele es sich um keine entführung gewiß nicht doch können wir mit bestimmtheit die vereitelte absicht dazu verneinen außer saint oestache und vielleicht beauvais sehen wir keine anerkannten keine ernsthaften verehrer maries von keinem andern wird je gesprochen wer ist denn da der geheimnisvolle liebhaber von dem die verwandten und bekannten wenigstens die meisten von ihnen nichts wissen doch mit dem marie am sonntagmorgen zusammentrifft und der so sehr ihr vertrauen genießt daß sie keine bedenken trägt mit ihm in den einsamen gehölzen an der barriere du rull zu verweilen bis die abenddämmerung sinkt wer ist dieser geheimnisvolle liebhaber frage ich von dem wenigstens die meisten bekannten nichts wissen und was bedeutet die seltsame prophezeiung frau rogers am morgen von maries fortgang ich fürchte ich werde marie nie wiedersehen doch wenn wir uns auch nicht vorstellen daß frau roger von dem entführungsplan gewußt habe können wir nicht wenigstens bei dem mädchen dieses wissen vermuten als sie das haus verließ gab sie zu verstehen daß sie ihre tante in der rue des drommes besuchen wolle und saint oestache wurde ersucht sie beim dunkelwerden abzuholen diese tatsache spricht allerdings auf den ersten blick gegen meine vermutung doch lassen sie uns nachdenken daß sie wirklich mit einem begleiter zusammentraf und mit ihm über den fluss setzte und erst um drei uhr nachmittags an der barriere du rull ankam ist bekannt als sie aber zustimmte den betreffenden zu begleiten ganz gleich aus welchem grunde und ob ihre mutter davon wußte oder nicht mußte sie sich erinnern welche absicht sie beim verlassen des hauses ausgesprochen sie mußte sich das erstaunen und den argwohn saint oestaches ihres erklärten bräutigams denken können wenn er zur angegebenen stunde in der rue des drommes vorsprechend entdecken würde daß sie gar nicht dagewesen war und wenn er überdies mit dieser beunruhigenden botschaft in die pension zurückkehrend gewahr werden würde daß sie noch immer nicht heimgekommen ich sage sie muß an diese dinge gedacht haben sie muß den kummer saint oestaches den argwohn aller vorausgesehen haben sie kann nicht vorgehabt haben zurückzukehren und diesem argwohn standzuhalten wenn wir aber annehmen daß sie nicht zurückzukehren beabsichtigte so sehen wir daß ihr der argwohn der andern gleichgültig sein konnte ihr gedankengang wird etwa so gewesen sein ich will mit einer bestimmten person zusammentreffen um mit ihr zu entfliehen oder aus anderen mir unbekannten gründen es ist nötig jede möglichkeit einer störung fernzuhalten wir müssen zeit genug haben der verfolgung auszuweichen ich werde zu verstehen geben daß ich den tag bei meiner tante in der rue des drommes verbringen will ich werde saint oestaches sagen mich nicht vor dunkelwerden abzuholen auf diese weise wird meine abwesenheit von hause für einen möglichst langen zeitraum erklärt ohne verdacht oder beunruhigung zu wecken und ich gewinne mehr zeit als wenn ich irgend etwas anderes vorgegeben hätte wenn ich saint oestaches bitte mich bei dunkelwerden abzuholen wird er bestimmt nicht früher kommen wenn ich aber ganz unterlasse ihn dazu aufzufordern verringert sich meine zeit zur flucht da man meine rückkehr früher erwarten mein fernbleiben also früher beunruhigung wecken wird wenn ich nun überhaupt zurückzukehren beabsichtige wenn ich nur den einen tag in gesellschaft des betreffenden verbringen wollte wäre es unklug von mir saint oestaches zu bitten mich abzuholen denn wenn er es tut entdeckt er mit bestimmtheit daß ich ihn hintergangen habe was ich ihm vollkommen verbergen könnte wenn ich fort ginge ohne ein ziel anzugeben vor dunkelwerden zurückkäme und dann angebe ich hätte meine tante in der rue des drommes besucht da es aber meine absicht ist nie zurückzukehren oder wenigstens für mehrere wochen nicht oder nicht ehe gewisse dinge geschehen sind ist das einzige um was ich mich jetzt zu kümmern brauche zeit zu gewinnen sie haben aus ihren notizen ersehen daß die allgemeine auffassung in dieser traurigen angelegenheit von anfang an dahin geht das mädchen sei ein opfer von herumstreichern geworden nun ist die volksmeinung in gewisser beziehung keineswegs zu missachten wenn sie aus sich selbst entsteht sich in spontaner weise äußert sollen wir sie wie eine intuition einschätzen in 99 von 100 fällen würde ich für ihr sicheres urteil eintreten aber es ist auffallend daß wir hier keine art eingebung bemerken so eine ansicht muß durchaus im volke selbst entstanden seine eigenste meinung sein und der unterschied ist oft äußerst schwer zu sehen und festzuhalten im vorliegenden falle scheint es mir als sei die öffentliche meinung bezüglich einer bande von herumstreichern sehr beeinflusst durch den gleichzeitigen vorfall der in der dritten meiner notizen dargelegt wird ganz paris ist in aufregung über die gefundene leiche der marie eines jungen schönen und viel gekannten mädchens die leiche wird mit schweren verletzungen im strome aufgefischt nun ist aber bekannt geworden daß zur selben zeit in der die ermordung des mädchens angenommen wird eine ähnliche wenn auch weniger grausame untat wie man sie an diesem jungen mädchen festgestellt von einer bande herumstreicher an einem anderen jungen mädchen verübt worden ist ist es verwunderlich daß die eine bekannt gewordene schändlichkeit das öffentliche urteil über die andere beeinflusst hat man brauchte für dies urteil eine richtung und die eine tat schien sie auch für die andere anzugeben marie war im fluss gefunden worden und auf diesem selben fluss war die andere untat begangen worden die beiden ereignisse miteinander in beziehung zu bringen war so naheliegend daß es ein wunder gewesen wäre wenn das volk dies unterlassen hätte in der tat aber ist wenn irgend etwas gerade die eine begangene tat ein beweis daß der sich fast zu gleicher zeit abspielende zweite fall nicht so verlaufen ist es wäre doch wirklich mehr als seltsam wenn zur selben zeit in der selben stadt und an dem selben ort da eine bande rohlinge eine unerhörte schandtat verübte unter den selben umständen eine andere bande ganz das gleiche getan haben sollte dies wundersame aber ist es was die volksmeinung uns glauben machen will das geheimnis der marie roget von edgar allen poe vierter abschnitt von vier dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org gelesen von rolf kaiser bochum deutschland im märz 2010 das geheimnis der marie roget von edgar allen poe übersetzt von theodor etzel vierter abschnitt ehe wir weiter urteilen wollen wir die angebliche mordstelle im gehölz an der barriere du rull betrachten dieses dickicht war ganz nahe an einer öffentlichen straße es befanden sich dort drei oder vier große steine die eine art sitz mit lehne und fußbank bildeten auf dem oberen stein lag ein weißer unterrock auf dem zweiten eine seidene scherpe auch ein sonnenschirm handschuhe und ein taschentuch wurden hier gefunden das taschentuch trug den namen marie roget an den benachbarten büschen hingen kleiderfetzen die erde war zerstampft die zweige waren geknickt und alles deutete auf einen stattgehabten kampf ungeachtet der einmütigkeit mit der die presse dieses dickicht als den mordplatz ansah muß gesagt werden daß die sache doch anzuzweifeln war ich mag nun glauben oder nicht glauben daß dies der platz war jedenfalls gab es hervorragenden grund zu zweifeln wäre wie le commercial annahm die wahre mordstelle in der nähe der rue pavé saint andré gewesen so hätte es die verbrecher falls sie noch in paris weilten erschrecken müssen die öffentliche aufmerksamkeit so ganz auf den richtigen weg gebracht zu sehen und in bestimmten seelen wäre sofort der gedanke an die notwendigkeit aufgestiegen diese aufmerksamkeit abzulenken und da das dickicht an der barriere du roule schon in verdacht gezogen war mag man leicht darauf verfallen sein die dinge dahin zu legen wo sie dann gefunden worden sind obgleich le soleil annimmt die sachen hätten wochenlang dargelegen so ist doch kein wirklicher beweis dafür vorhanden daß es mehr als einige tage waren wohingegen es sehr wahrscheinlich ist daß sie nicht die zwanzig tage zwischen dem betreffenden sonntag und dem nachmittag als die knaben sie fanden dargelegen haben konnten ohne gesehen zu werden sie waren sämtlich vom regen durchfeuchtet und modrig geworden und klebten zusammen wie moder sagt le soleil das eine oder andere war hoch von gras überwachsen die seide des sonnenschirms war kräftig aber so verwittert und modrig daß sie beim öffnen des schirms zerfiel was nun das gras anlangt von dem sie überwachsen waren so wissen wir daß man diese tatsache nur den worten und also dem gedächtnis zweier kleiner knaben entnahm denn diese knaben nahmen die sachen fort und trugen sie heim ehe sie von dritter seite gesehen worden waren aber gras wächst sehr rasch und besonders bei warmem und feuchtem wetter wie es zur mordzeit herrschte kann es in einem einzigen tage zwei bis drei zoll wachsen ein sonnenschirm der auf einem kurz geschorenen rasen liegt kann in einer einzigen woche durch das aufschießende gras den blicken entzogen sein der moder aber von dem le soleil so überzeugt ist daß er das wort in dem kurzen absatz nicht weniger als drei mal gebraucht weiß das blatt wirklich nicht was dieser moder ist muß ihm gesagt werden daß er zu einer jener zahlreichen pilzarten gehört deren hauptmerkmal das aufschießen und vergehen innerhalb vierundzwanzig stunden ist so sehen wir also mit einem blick alles was triumphierend zur bekräftigung der mutmaßung daß die sachen wenigstens drei oder vier wochen dargelegen hätten angeführt wurde vollständig null und nichtig werden sobald man den tatsachen nachgeht andererseits ist es ungeheuer schwer zu glauben daß die sachen länger als eine woche länger als von einem sonntag zum andern dort gelegen haben sollten wer die umgebung von paris kennt weiß wie außerordentlich schwer es ist dort einsamkeit zu finden so etwas wie ein unentdecktes oder auch nur selten besuchtes plätzchen inmitten der wälder und haine ist überhaupt nicht anzunehmen lassen sie irgend einen naturschwärmer den die pflicht an staub und hitze der großstadt fesselt lassen sie ihn selbst wochentags versuchen seinen durst nach einsamkeit in der lieblichen natur die uns so nahe umgibt zu stillen auf schritt und tritt wird er den zauber durch die stimme und das erscheinen eines vagabunden oder einer rotte betrunkener strolche gestört finden im dichtesten buschwerk wird er vergeblich allein sein suchen hier eben sind die orte zu denen sich die schlechten elemente hingezogen fühlen hier sind ihre verrufenen tempel mit leid im herzen wird der wanderer ins sündige paris zurückfliehen als zu dem weniger schlimmen weil weniger naturwidrigen pfuhl der verderbnis wenn aber die umgebung der stadt an werktagen so bevölkert ist wie viel mehr an feiertagen denn nun befreit von den forderungen der arbeit oder der werktäglichen gelegenheiten zum verbrechen beraubt sucht der strolch die nahen wälder auf nicht aus liebe zum landleben das er in seinem herzen verachtet sondern um beengenden schranken zu entfliehen es verlangt ihn weniger nach frischer luft und grünen bäumen als nach der völligen freiheit dort draußen hier im wirtshaus an der landstraße oder unterm blätterdach gibt er sich verborgen vor allen unliebsamen blicken in gesellschaft seiner genossen einer künstlich geschaffenen heiterkeit hin den vereinten folgen der ungebundenheit und des brandweins ich sage nicht mehr als was jedem objektiven beobachter einleuchten muss wenn ich wiederhole die tatsache dass die fraglichen dinge länger als von einem sonntag zum andern in irgendeinem dickicht der nächsten umgebung von paris gelegen haben sollten wäre mehr als ein wunder aber wir bedürfen keiner weiteren gründe für die vermutung daß die gegenstände in der absicht im dickicht niedergelegt wurden die aufmerksamkeit von der wahren mordstätte abzulenken lassen sie mich zuerst auf das datum der auffindung der dinge hinweisen vergleichen sie dasselbe mit jenem des fünften auszugs den ich aus den zeitungen gemacht sie werden finden dass die entdeckung fast sofort nach den der abendzeitung zugegangenen hinweisen erfolgte diese zuschriften die aus verschiedenen quellen stammen sollten liefen alle in einen punkt zusammen in den hinweis daß eine herumstreicherbande die tat verübt und daß die gegend der barriere du roule der tatort sei nun ist der verdacht hier natürlich nicht der daß die sachen als folge dieser mitteilungen oder der von ihnen beeinflussten öffentlichen meinung von den knaben gefunden worden seien doch der verdacht liegt nahe daß die sachen nicht früher von den knaben gefunden wurden weil sie eben früher nicht in dem dickicht gelegen haben sondern erst am tage der betreffenden mitteilungen oder kurz vor diesem tage von den verfassern der zuschriften selbst hingelegt worden waren dieses dickicht war von besonderer art es war ungewöhnlich dicht hinter seinen grünen wellen befanden sich drei seltsame steine die eine art sitz mit lehne und fußbank bildeten und dieses so anmutige plätzchen lag in der nächsten nähe nur wenige ruten entfernt von der behausung der frau de lück deren knaben die umliegenden gebüsche nach der rinde des sassafras zu durchstöbern pflegten wäre es übereilt eine wette einzugehen daß nie ein tag verging ohne daß wenigstens einer der jungens auf dem natürlichen thron in der schattigen laube gesessen wer zögern würde diese wette anzunehmen ist entweder selbst nie junge gewesen oder hat die kindliche natur vergessen ich wiederhole es ist kaum zu begreifen daß die sachen mehr als ein oder zwei tage unentdeckt in jenem dickicht gelegen haben sollten und daher haben wir trotz der unwissenheit des soleil allen grund anzunehmen daß sie an einem verhältnismäßig späten datum an der fundstelle niedergelegt wurden doch es gibt noch andere und triftigere gründe für diese annahme als ich bisher vorgebracht habe lassen sie mich auf die so überaus auffällige anordnung der gegenstände hinweisen auf dem oberen steine lag ein weißer unterrock auf dem zweiten eine seidene scherpe rundum verstreut lagen ein sonnenschirm handschuhe und ein taschentuch mit dem namen marie roger hier haben wir so recht eine anordnung wie sie einer vorgenommen haben würde der den anschein erwecken wollte daß die sachen seit dem morde dargelegen hätten mir schiene es natürlicher wenn die sachen alle am boden gelegen und zertrampelt gewesen wären bei dem engen raum in jenem buschwerk wäre es kaum möglich gewesen daß unterrock und scherpe während des hin und her mehrerer miteinander ringender menschen auf den steinen liegen geblieben wären alle anzeichen so heißt es deuteten auf einen stattgehabten kampf die erde war zerstampft die zweige waren geknickt aber unterrock und scherpe werden gefunden als hätten sie weit aus dem bereich des kampfes gelegen die an den büschen hängenden kleider fetzen hatten eine größe von drei bis sechs zoll ein fetzen war der saum des kleides und war geflickt ein anderer war ein stück vom unterrock aber nicht der saum sie glichen abgerissenen streifen hier hat le soleil unbeabsichtigt eine sehr verdächtige wendung gebraucht die beschriebenen stücke gleichen in der tat abgerissenen streifen aber absichtlich und mit der hand abgerissen es ist einer der seltensten zufälle daß von irgendeinem der genannten kleidungsstücke ein fetzen durch einen dorn herausgerissen wird bei der art solcher stoffe aber wird ein dorn oder nagel der sich in sie verfängt sie rechtwinklig auseinander reißen in zwei längliche risse die da wo der dorn eingedrungen zusammentreffen aber es ist kaum je möglich das stück herausgerissen zu sehen weder sie noch ich haben das je erlebt um aus solchen stoffen ein stück herauszureißen bedarf es wohl immer zweier verschiedener kräfte die in zwei verschiedenen richtungen tätig sind wenn der stoff zwei enden hat wenn es zum beispiel ein taschentuch wäre von dem man einen fetzen abzureißen wünschte dann und nur dann würde die eine kraft genügen doch im vorliegenden falle handelt es sich um ein kleid das nur einen rand hat nur ein wunder konnte bewirken daß dornen aus den inneren stoffteilen wo kein rand sich bietet einen fetzen herauszureißen im stand wären und ein einzelner dorn würde es nie fertig bringen doch selbst wo ein rand vorhanden ist bedarf es zweier dornen von denen der eine in zwei verschiedenen und der andere in einer richtung arbeitet und das unter der voraussetzung daß der rand eingesäumt ist ist ein saum vorhanden so ist es beinahe ein unding wir sehen also die zahlreichen und großen hindernisse die dem herausreißen von fetzen durch dornen im wege stehen dennoch sollen wir glauben daß nicht nur ein stück sondern viele so herausgerissen wurden und eins der stücke war dazu der saum ein anderes war aus dem unterrock nicht der saum war also aus dem inneren stoffteil mittels dornen vollständig herausgerissen dies sage ich sind dinge denen mit unglauben zu begegnen verzeihlich ist dennoch bilden sie zusammengenommen vielleicht weniger gründe zum argwohn als der eine verblüffende umstand daß die dinge von mördern die vorsichtig genug waren die leiche fortzuschaffen in diesem dickicht zurückgelassen sein sollten sie hätten mich aber falsch verstanden wenn sie meinten ich beabsichtigte nachzuweisen daß das dickicht als tatort nicht in frage komme das unrecht mag hier oder wahrscheinlicher bei frau de lück geschehen sein doch das ist im grunde ein nebensächlicher punkt wir machen nicht den versuch den tatort zu entdecken sondern die täter was sich anführte geschah ungeachtet der peinlichen sorgfalt mit der es geschah erstens um die albernheit der positiven und überstürzten behauptungen des soleil nachzuweisen zweitens aber und hauptsächlich um auf allernatürlichstem wege zweifel in ihnen zu wecken daß dieser mord das werk einer bande von sträuchen gewesen ist wir wollen diese frage beantworten indem wir uns der empörenden einzelheiten erinnern die der mit der untersuchung betraute wundarzt feststellte es braucht nur gesagt zu werden daß seine veröffentlichten schlußfolgerungen hinsichtlich der zahl der sträuche als ungerechtfertigt und unbegründet ehrlich verlacht worden sind und zwar von den angesehensten anatomen von paris nicht daß die sache nicht so gewesen sein dürfte wie er gefolgert sondern daß überhaupt kein grund vorhanden war so zu folgern war das nicht grund genug zu einer anderen vermutung prüfen wir nun die spuren eines kampfes und lassen sie mich fragen was diese spuren beweisen sollten eine bande sträuche aber beweisen sie nicht gerade das gegenteil welch ein kampf konnte stattgefunden haben ein kampf so heftig und langdauernd daß er nach allen seiten spuren hinterließ zwischen einem schwachen und wehrlosen mädchen und einer bande sträuche ein paar kräftige arme zum zupacken und alles wäre erledigt gewesen das opfer wäre ihrem willen vollständig unterworfen gewesen sie müssen das im auge behalten daß die gegen das dickicht als tatort vorgebrachten argumente nur dann stichhaltig sind wenn es sich um mehr als einen täter handeln sollte wenn wir nur einen mörder annehmen so können wir begreifen daß ein kampf stattgefunden hat heftig genug um sichtbare spuren zu hinterlassen und noch einmal ich erwähnte schon daß diese vermutung vor allem durch die tatsache erweckt wird daß die fraglichen gegenstände im dickicht belassen wurden es scheint geradezu ausgeschlossen daß diese schuldbeweise zufällig am fundort liegen geblieben seien es war so scheint es geistesgegenwart genug vorhanden die leiche fortzuschaffen und da sollte man einen weit überzeugenderen beweis als die leiche selbst deren züge in folge verwesung schnell unkenntlich geworden wären offen am mordplatz liegen lassen ich meine das taschentuch der verstorbenen wenn das ein zufall war so konnte dieser zufall unmöglich bei einer ganzen bande von mordbuben vorgekommen sein wir können ein solches versehen nur einem einzelnen zutrauen lassen sie sehen ein einzelner hat den mord begangen er ist allein mit dem geist der abgeschiedenen er ist entsetzt über den regungslosen körper davor ihm die raserei der leidenschaft ist vorbei und sein herz hat raum genug für die natürliche folge der tat für das entsetzen ihm fehlt die zuversicht die die gegenwart anderer dem einzelnen verleiht er ist allein mit der toten er zittert und ist fassungslos dennoch ist es nötig sich der leiche zu entledigen er trägt sie zum fluss lässt aber die anderen schuldbeweise hinter sich denn es ist schwer wenn nicht unmöglich die ganze last auf einmal zu tragen und es wird leicht sein wiederzukommen und das zurückgelassene zu holen doch während seiner mühsamen wanderung zum wasser verdoppeln sich seine ängste nachtgeräusche umtönen seinen weg ein dutzendmal hört er den schritt eines spärers glaubt ihn zu hören selbst die lichter der stadt erschrecken ihn endlich aber und nach langen und häufigen pausen halber ohnmacht erreicht er das ufer des flusses und entledigt sich seiner gespenstischen last vielleicht mit hilfe eines bootes doch nun welchen schatz böte die welt welche rache drohung könnte sie haben die macht hätte den einsamen mörder zu bewegen auf jenem qualvollen und gefährlichen pfad nach dem dickicht und seinen grauenhaften gegenständen zurückzukehren er geht nicht zurück mögen die folgen sein welche sie wollen sein einziger gedanke ist sofortige flucht er wendet jenem furchtbaren buschwerk für immer den rücken und enteilt wie von furien gejagt doch wie nun eine ganze bande ihre zahl würde sie mit zuversicht erfüllt haben wenn überhaupt je in der brust eines sträuches an zuversicht mangel wäre ihre zahl sage ich würde den verwirrenden und lähmenden schrecken der den einzelnen befallen gar nicht haben aufkommen lassen könnten wir uns bei einem oder zweien oder dreien ein zufälliges versehen denken ein vierter würde es wieder gut gemacht haben sie würden nichts hinter sich gelassen haben denn ihre zahl hätte es ihnen ermöglicht alles auf einmal zu tragen sie hätten nicht nötig gehabt zurückzukehren bedenken sie ferner den umstand daß aus dem oberkleid ein streifen von etwa einem fuß breite vom unteren saum bis zur taille auf aber nicht abgerissen war er war dreimal um die hüften geschlungen und im rücken zu einer art henkel verknotet dies war in der offenbaren absicht geschehen einen handgriff zu schaffen an dem die leiche sich tragen ließe doch würden mehrere männer auf den einfall gekommen sein sich solch ein hilfsmittel zu schaffen dreien oder vieren hätten die arme und beine der leiche nicht nur einen genügenden sondern den allerbesten halt geboten der einfall kann nur einem einzelnen gekommen sein und dies führt uns auf die erscheinung daß zwischen dickicht und fluss die hecken umgebrochen waren und der boden zeigte daß hier eine schwere last entlang geschleppt worden war aber würden mehrere männer sich die überflüssige mühe gemacht haben eine hecke umzubrechen um eine leiche hindurch zu zerren die sie mit leichtigkeit über jede hecke hätten hinüber heben können würden mehrere männer eine leiche überhaupt so geschleift haben daß davon deutlich sichtbare beweise zurückgeblieben und hier müssen wir uns einer bemerkung des kommerzial zuwenden über die ich bereits in etwa mein urteil abgegeben aus dem unterrock der unglücklichen heißt es da war ein zwei fußlanges und ein fußbreites stück herausgerissen und ihr um kopf und kinn gebunden vermutlich um sie am schreien zu verhindern das müssen leute getan haben die nicht im besitze von taschentüchern waren ich sprach schon vorhin die vermutung aus daß ein echter herumtreiber nie ohne taschentuch sei doch nicht auf diese tatsache will ich jetzt besonders hinweisen daß es nicht der mangel eines taschentuchs war weshalb dieses band geknüpft worden ist durch das im dickicht gelassene taschentuch ersichtlich und daß das band auch nicht geknüpft worden um sie am schreien zu verhindern zeigt sich auch eben daran daß es dem dazu so viel besser geeigneten taschentuch vorgezogen worden aber die beweisaufnahme sagt von jenem streifen er lag lose um den hals und war mit festem knoten geschlossen diese worte sind unklar genug weichen aber von denen des kommerzial einigermaßen ab der streifen war achtzehn zoll breit und mußte darum obgleich von musselin der länge nach zusammengefaltet eine kräftige fessel bilden und so gefaltet wurde er gefunden meine folgerung ist so nachdem der einsame mörder die leiche eine strecke lang an dem um die taille angebrachten henkelband getragen hatte sei es nun vom dickicht oder von sonst woher schien ihm der transport der last auf diese weise zu schwer er beschloss sie zu schleifen die beweise zeigen daß er das getan hat da er also diese absicht hatte war es notwendig so etwas wie einen strick an einem der glieder zu befestigen am besten ließ sich dergleichen am halse anbringen wo der kopf ein abrutschen verhindern würde und nun fiel dem mörder ohne frage das band um die hüften ein er würde dieses genommen haben wäre es nicht so fest um den leib geschlungen gewesen auch war der henkel daran hinderlich und ferner die tatsache daß dieser streifen ja nicht abgerissen war sondern noch im kleide festsaß es war einfacher einen neuen streifen aus dem unterrock zu reißen das tat er befestigte ihn um den hals und schleifte so sein opfer zum flussufer daß diese schlinge die nur mit mühe und zeitverlust zu erlangen gewesen und wenig zweck entsprechend war daß diese schlinge überhaupt gebraucht wurde beweist daß die umstände die ihre anwendung notwendig machten erst eintraten als das taschentuch nicht mehr erreichbar war das heißt eintraten nachdem das dickicht falls es das dickicht war bereits verlassen worden also auf dem weg zwischen dickicht und fluss aber werden sie sagen das zeugnis frau de lux weist ausdrücklich auf die anwesenheit einer bande von sträuchen in der gegend des dickichts und zur ungefähren mordzeit hin das gebe ich zu es soll mich wundern wenn nicht in der gegend der barriere du rull und zu jener zeit ein dutzend banden wie frau de lux sie beschrieben sich herumgetrieben haben sollten aber die bande die sich die ungnade frau de lux zugezogen ist laut der verspäteten und zweifelhaften aussage der alten dame die einzige die ihren kuchen gegessen und ihren schnaps getrunken ohne dafür zu bezahlen doch was besagt die bestimmte aussage der frau de lux eine bande übler subjekte erschien bei ihr benahm sich frech aß und trank ohne zu zahlen ging in der richtung davon die vorher das pärchen eingeschlagen kam zur dämmerzeit zurück und setzte in großer eile über den fluß nun erschien dieser rückzug frau de lux sicher eiliger als er in wirklichkeit war eilig weil sie noch immer auf bezahlung gehofft hatte wie hätte sie sonst etwas an der eile der leute finden können da es doch zur dämmerzeit war es ist doch wahrlich nichts verwunderliches daß selbst herumtreiber eile haben heimzukommen wenn ein breiter fluss in kleinen booten überquert werden muß wenn ein sturm heraufzieht und wenn die nacht naht ich sage naht denn noch war sie nicht da es war erst dämmerzeit als die unhöfliche eile der bösewichter die gute frau de lux beleidigte aber uns wurde gesagt daß frau de lux und ihr ältester sohn an demselben abend in der nähe des gasthofs eine frauenstimme schreien hörten und mit welchen worten bezeichnet frau de lux die abendzeit zu der diese schreie vernommen worden es war bald nach dunkel werden sagte sie aber bald nach dunkel werden ist zum mindesten dunkel und zur dämmerzeit ist bestimmt noch bei tageslicht es ist also vollkommen klar daß die bande die barriere du roule verlassen hatte ehe frau de lux jene schreie vernahm und obgleich bei den zahlreichen wiedergaben der zeugenberichte die von den zeugen gebrauchten ausdrücke deutlich und unverändert angewendet wurden genau wie ich sie in diesem gespräch mit ihnen angewendet habe ist doch weder von den öffentlichen blättern noch von der polizei der unterschied in den beiden ausdrücken der zeugin festgestellt worden ich will den gegen eine größere bande angeführten gründen nur noch einen hinzufügen dieser eine aber fällt wenigstens für meine begriffe entscheidend ins gewicht unter den vorliegenden umständen einer ungeheuer großen belohnung und völliger straffreiheit kann keinen moment angenommen werden dass ein mitglied einer bande gemeiner sträuche überhaupt seine schuldgenossen nicht verraten haben sollte jeder einzelne einer solchen bande ist weniger auf die belohnung oder die straffreiheit versessen als ängstlich verraten zu werden er verrät schnell und ohne besinnen damit er selbst nicht verraten werde dass das geheimnis nicht aufgedeckt worden ist der allerbeste beweis dafür dass es eben wirklich ein geheimnis ist die schrecken dieser dunklen tat sind außer gott nur einem oder zwei lebenden wesen bekannt lassen sie uns nun die mageren und doch einwandfreien früchte unserer langen analyse zusammen zählen wir sind dahin gekommen entweder einen unfall unter dem dache der frau de luc oder einen im dickicht an der barriere du roule begangenen mord anzunehmen einen mord den ein liebhaber oder wenigstens ein intimer und geheimer freund der verstorbenen begangen dieser freund ist von dunkler hautfarbe diese farbe der henkel am tragband und der seemannsknoten mit dem die hutbänder zusammengebunden waren deuten auf einen seemann sein verhältnis zu der verstorbenen einem verwegenen aber nicht verworfenen mädchen kennzeichnete ihn als über dem gemeinen matrosen stehend hierin bestärken uns die gut und überzeugend geschriebenen mitteilungen die den zeitungen zugegangen sind der umstand jener ersten entführung legt den gedanken nahe diesen seemann mit jenem von le mercure erwähnten marine offizier der damals das mädchen zu unrechtem tun verleitet zu identifizieren und hierher passt nun sehr gut die auffallende tatsache dass jener mann mit der dunklen gesichtsfarbe bisher nicht wieder aufgetaucht ist ich möchte nochmals bemerken dass er von dunkler gesichtsfarbe ist und sie muss schon außergewöhnlich dunkel sein da sie das einzige merkmal bildet das sowohl valence als fraude luc für den betreffenden anzugeben wissen aber warum ist dieser mann abwesend wurde er von der bande gemordet und wenn wieso waren nur spuren des mädchens zu finden der tatort für beide morde muss natürlich als ein und derselbe angenommen werden und wo ist seine leiche die mörder hätten sich doch wahrscheinlich beider leichen in gleicher weise entledigt man könnte aber sagen der mann lebt und meldet sich nicht aus angst daß ihm der mord zur last gelegt werde diese betrachtung könnte ihm jetzt zu so später zeit gekommen sein nachdem ausgesagt worden daß man ihn mit marie gesehen habe sie hätte aber zur zeit der tat keine bedeutung gehabt der erste impuls eines unschuldigen hätte doch sein müssen die untat anzuzeigen und zur feststellung der mordbuben mitzuwirken diese klugheit hätte ihn gerettet er war mit dem mädchen gesehen worden er hatte mit ihr in einem öffentlichen verbot den fluss gekreuzt die denunzierung der mörder hätte selbst einem idioten als sicherstes und einziges mittel erscheinen müssen sich selbst vom verdacht zu reinigen wir können nicht annehmen daß er an den ereignissen jener sonntagnacht erstens unschuldig sei und zweitens auch von der gräueltat nichts wisse dennoch ist nur unter solchen umständen die tatsache zu erklären daß er falls er am leben die denunzierung der mörder unterließ und welche mittel besitzen wir die wahrheit zu ergründen wir werden sehen wie diese mittel während unseres fortschreitens sich multiplizieren und klarere gestalt annehmen wir müssen die geschichte der ersten entführung bis zu ende verfolgen müssen das ganze leben und treiben des offiziers seine gegenwärtige tätigkeit sein tun und lassen zur zeit des mordes in erfahrung bringen wir müssen die der abendzeitung zugegangenen zuschriften sowohl stil wie handschrift sorgfältig miteinander und mit den schon früher der morgenzeitung zugegangenen vergleichen die so heftig darauf bestanden daß menet der schuldige sei und all dies getan müssen wir diese sämtlichen schreiben mit der wohlbekannten handschrift jenes offiziers vergleichen wir müssen versuchen aus frau de luc und ihren knaben sowie dem omnibus kutscher valance etwas mehr über die äußere erscheinung und das benehmen des mannes mit der dunklen gesichtsfarbe herauszubekommen es muß kluggestellten fragen gelingen von diesem oder jenem informationen über diesen speziellen punkt oder auch über andere zu erhalten informationen von denen die leute selbst nicht einmal wissen mögen daß sie sie besitzen doch wenden wir uns nun dem boot zu daß der bootsknecht am montagmorgen am 23 juni aufgriff und daß ohne daß die wachthabenden offiziere etwas bemerkten und ohne steuerruder kurz vor auffindung der leiche vom zollgebäude wieder verschwunden war mit genügend um und vorsicht müssen wir unfehlbar das boot ausfindig machen denn nicht nur daß der bootsmann der es aufgriff es identifizieren kann wir haben auch das steuerruder als beweis einer mit einem ruhigen gewissen hätte wohl kaum das steuerruder eines segelbootes so ohne weiteres im stich gelassen und hier lassen sie mich eine frage aufwerfen über die auffindung des bootes wurde nichts bekannt gegeben es wurde stillschweigend am zollgebäude angekettet und ebenso heimlich wieder fortgeholt wie aber konnte sein besitzer ohne mitteilung erhalten zu haben schon am dienstagmorgen wissen wo am montag das boot aufgegriffen worden war wenn wir nicht annehmen daß der betreffende mit der seine schifffahrt bescheid wußte daß dauernde persönliche beziehungen ihm hier die kenntnis aller lokalen geschehnisse sofort verschafften als ich davon sprach wie der einsame mörder seine last zum ufer schleifte erwähnte ich schon die möglichkeit daß er sich ein boot verschafft habe das ist sehr wahrscheinlich der fall gewesen die leiche durfte den seichten wassern am ufer nicht anvertraut werden die eigentümlichen wunden auf rücken und schultern des opfers stammen von den bodenrippen eines bootes daß die leiche ohne belastung gefunden wurde trägt zu meiner ansicht bei wäre sie vom ufer aus ins wasser geworfen worden so wäre eine belastung gewiß nicht unterblieben wir können uns das fehlen einer solchen nur so erklären daß der mörder es versäumt hatte sich ehe er vom ufer abstieß mit ballast zu versehen als er die leiche dem wasser übergab wird er zweifellos das versäumnis bemerkt haben doch da war nichts mehr zur hand man wollte lieber die gefahr auf sich nehmen als noch einmal ans fluchbeladene ufer zurückkehren als er sich seiner unheimlichen last entledigt hatte trieb es den mörder zur stadt zurück an dunkler geeigneter stelle sprang er an land aber das boot würde er es festgelegt haben er wird es zu eilig gehabt haben um sich um so etwas zu kümmern und außerdem hätte er es am landungsplatz verankert so hätte er damit selbst zeugnis gegen sich abgelegt sein natürlicher gedanke mußte sein so weit wie möglich alles von sich zu werfen was zu seinem verbrechen in beziehung stand er wird nicht nur eilends vom landungsplatz entflohen sein sondern auch das boot nicht dort zurückgelassen haben er wird es in den fluss zurückgestoßen haben weiter am morgen wird der schurke von unaussprechlichem entsetzen erfasst als er das boot an einem orte angekettet findet den er täglich aufzusuchen pflegt den aufzusuchen vielleicht zu seiner pflicht gehört in der folgenden nacht bringt er das boot fort ohne es gewagt zu haben das steuerruder einzufordern wo ist nun dieses steuerlose boot es wird eine unserer ersten aufgaben sein das ausfindig zu machen so wie wir eine spur davon entdecken beginnt unser erfolg zu tagen dies boot wird uns mit einer schnelligkeit über die sogar wir selbst erstaunen werden zu ihm führen der es in jener unheilvollen sonntagnacht benutzte klarer und klarer wird eins sich aus dem anderen ergeben und der mörder wird gefunden sein aus gründen auf die wir nicht näher eingehen wollen die aber vielen lesern klar sein werden haben wir uns die freiheit genommen aus dem in unsere hände gelegten manuskript hier das fortzulassen was sich auf die verfolgung des von dupin gegebenen fingerzeiges bezieht wir halten es für ratsam nur kurz zu erwähnen daß der erwünschte erfolg erzielt wurde und daß der präfekt wenn auch widerwillig den bedingungen seines mit dem chevalier geschlossenen vertrages nachkam herrn poes erzählung schließt mit den hier folgenden bemerkungen die redaktion fußnote der zeitschrift in der die erzählung ursprünglich veröffentlicht wurde ende fußnote man wird verstehen daß ich von seltsamem zusammentreffen spreche und von nichts weiter was ich oben über diesen gegenstand gesagt muss genügen in meinem eigenen herzen lebt kein glaube an übernatürliches das natur und gott zweierlei ist wird kein denkender mensch verneinen das letzterer der die erstere geschaffen hat diese nach wunsch meistern und ändern kann steht ebenfalls außer frage ich sage nach wunsch denn es handelt sich hier um den wunsch und nicht wie eine unsinnige logik meinte um die macht nicht daß die gottheit ihre gesetze nicht ändern könnte sondern wir beleidigen sie indem wir die notwendigkeit einer änderung überhaupt voraussetzen von vornherein sind ihre gesetze so beschaffen daß sie alle möglichkeiten die je im schoße der zukunft ruhen konnten umfassen bei gott ist alles jetzt ich wiederhole also daß ich jene dinge nur als zusammentreffen erwähne und ferner man wird aus meinem bericht ersehen daß zwischen dem schicksal der unseligen mary cecilia rogers soweit man dieses schicksal kennt und dem einer gewissen marie roger bis zu einem bestimmten punkt eine parallele besteht deren wundersame genauigkeit die vernunft verwirren könnte ich sage alles dies wird man sehen möge man aber nicht einen augenblick annehmen daß es meine versteckte absicht gewesen sei im weiteren verlauf dieser geschichte und in der wiedergabe der aufdeckung ihres geheimnisses diese parallele zu verlängern oder anzudeuten daß die in paris zur entdeckung des mörders einer grisette angewandten maßnahmen nun in einem ähnlichen falle ein ähnliches resultat zeitigen würden denn hinsichtlich dieser letzteren annahme sollte man bedenken daß die unbedeutendste abweichung in den einzelheiten der beiden fälle zu den bedeutsamsten fehlschlüssen führen könnte da sie den lauf der beiden geschehnisse ganz voneinander treiben würde gleich wie in der arithmetik ein an sich unwesentlicher fehler schließlich durch die macht der multiplikation an allen enden ein resultat zeitigt das von der richtigkeit ungeheuer abweicht und was die erstere annahme anlangt so müssen wir im auge behalten daß gerade die wahrscheinlichkeitsrechnung auf die ich hingewiesen jeden gedanken an die weitere ausdehnung der parallele verbietet verbietet mit einer positivität die um so strenger ist als diese parallele bereits lang und genau verlaufen ist dies ist einer jener sonderbaren sätze die scheinbar einer höchst unmathematischen denkweise entspringen auf die aber gerade nur der mathematiker einzugehen weiß nichts zum beispiel ist schwerer als den durchschnitts leser zu überzeugen daß man beim würfelspiel nachdem einer zweimal hintereinander die sechs geworfen hat die höchste wette darauf eingehen kann daß derselbe spieler die sechs nicht zum dritten mal werfen wird der verstand kann im allgemeinen einen grund dafür nicht einsehen es scheint unmöglich daß die beiden erledigten würfe die schon ganz der vergangenheit angehören auf den wurf einfluß haben könnten der noch in der zukunft liegt die aussichten auf einen wurf der sechs scheinen genau dieselben zu sein wie sie jederzeit gewesen das heißt abhängig nur von den verschiedenen anderen würfen die mit dem würfel gemacht werden können und dies ist eine betrachtung die so einleuchtend ist daß versuche sie zu widerlegen häufiger einem spöttischen lächeln als achtungsvoller aufmerksamkeit begegnen den hierin enthaltenen irrtum ein großer unheilvoller irrtum darzulegen kann ich innerhalb der mir hier gezogenen grenzen nicht versuchen und dem philosophisch denkenden braucht er nicht dargetan zu werden es mag genügen hier zu sagen dass er ein glied einer endlosen kette von irrtümern ist die auf dem wege der vernunft entstehen weil diese den trieb hat im kleinen der wahrheit nachzuspüren ende des vierten abschnitts ende von das geheimnis der marie roger von edgar allen poe das ist nicht so weit wie es ist es nicht so sehr wie es ist